Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nr. 349. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Hallo, hallo, gut. Und der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Der Basti ist zwar zurück aus den USA, aber liegt wahrscheinlich jetzt im Haierbettchen und schläft den Schlaf der gerechten Eintracht-Fans. Von daher wollen wir ihn da auch nicht weiter stören. Grüße an dieser Stelle. Grüße an dieser Stelle, welcome back. Und nächste Woche dann wieder im gewohnten Rage-Modus dann hier mit dabei, wahrscheinlich. Oder hoffentlich, hoffentlich sehr, sehr froh. Oder das, also entweder total am Ragen oder sehr, sehr froh und im Zweifelsfall fragen wir ihn einfach nach Maxi Arnold und dann gucken wir mal, was passiert. Oh ja. So, bevor wir über dieses Euroleague-Ding sprechen und über das, was da gestern in dieser Liga passiert ist, haben wir natürlich erstmal noch so ein bisschen Aktuelles abzuarbeiten. Die Eintracht hat es endlich geschafft und hat die Kaufoption bei Luka Jovic gezogen und er hat einen Vertrag bis 2023, aber ich würde jetzt mal so ganz steil behaupten, so lange wird er nicht da bleiben. Ich glaube, da bist du gar nicht so, bewegst dich gar nicht aus so dünnem Eis, René. Die Frage ist nur, war euch denn so bewusst, dass diese 30 Prozent Beteiligung dort ja sozusagen inkludiert waren? Nee, war mir nicht bewusst. Also diese ganze Diskussion ging auf einmal mir ein bisschen zu schnell, ja, Kaufoption gezogen, das. Und auf einmal hieß es so, ja, wie die ganze Zeit ja propagiert, wird es einen 30 Prozent Abschlag an Benfica geben. Ist das denn fix? Wo hast du das gehört? Oh, das habe ich jetzt schon bei ganz vielen Stellen gehört gehabt. Warte mal, ich kann mal gucken. Das sind aber, glaube ich, keine 30, sondern nur 20. Das schreibt der Alex im Chat auch gerade eben, auch, dass diverse portugiesische Medien von 20 gesprochen hätten. 20 und nochmal 10, dachte ich. Oder sind die 10 dann von den 20? Ich weiß es nicht. Also ich bin auch so ein bisschen unsicher, weil ich hatte mir heute Mittag nochmal den Auftritt von Freddy Bobic im aktuellen Sportstudio angeschaut. Und da ist er von, hatte Katrin Müller-Hohenstein das eben auch so aufgerechnet mit irgendwie von wegen ja dies und dann 70 Millionen aktueller Marktwert und dann kriegt die Eintracht davon 70 und er hat dem nicht widersprochen. Also irgendwie sowas zwischen 70 und 80 scheint es zu sein, das, was wir dann am Ende da irgendwie kriegen. Prozent. Ja, also die ganz genauen Abstimmungen wissen wir halt auch einfach nicht. Stimmt, ja. Und sagen wir mal, lassen wir es mal bei, ich glaube 30 Prozent ist zu hochgegriffen. Gehen wir mal von 20 aus. Und das ist natürlich ein Wert, der für beiden zu Vorteil gereicht. Ich meine, das ist für die Eintracht. Ja, viel, was sie abgeben müssen, aber ich meine, trotzdem ist das noch eine ordentliche Summe. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir müssen damit jetzt einfach so arbeiten, sonst hätten wir so einen Spieler nie bekommen. Und wenn wir dann 14 Millionen insgesamt abgeben müssen von den 70, ja, dann haben wir halt immer noch über 50 Millionen. Und wer weiß, ob das dann in dieser Saison passiert oder vielleicht sogar erst in der nächsten Saison. Vielleicht bleibt er ja dann noch ein Jahr und dann haben wir vielleicht noch mehr Spaß an ihm, dann ist es auch in Ordnung. Das ist nicht hundertprozentig optimal, aber du merkst, das ist dieses langsame Vordringen in die Spitzenklasse. Und das ist ja auch gut so. Was mich nur gewundert hatte, war, dass auf einmal so dieses, das kam jetzt eigentlich erst mit der Kaufoption auf, dass da überhaupt so eine, fand ich zumindest, dass da so eine Option mit drin ist, dass eben noch verschiedene Beteiligte dabei sind. Und es ist immer interessant, dass das dann doch, zumindest medial habe ich es erst dann richtig darüber mitbekommen ist. Ja, ich auch. Also für mich war das vorher, stand es gar nicht zur Debatte, dass da jetzt groß irgendwie eine Beteiligung und wenn das jetzt, wie er schon sagt, klar, das spielt jetzt für uns keine Rolle, den Spieler, wenn das damals dazu geführt hat, dass wir überhaupt diesen Spieler für die Zeit jetzt leihen konnten und dann die Kaufoption, dann ist das doch super. Und wir können wirklich froh sein, dass das jetzt alles so geklappt hat. Und wenn es wirklich solche Gelder geben sollte, wie da im Raum stehen, sind wir immer noch gut bedient. Aber es ist einfach sehr, sehr komisch. Von der Kommunikation fand ich es einfach sehr seltsam, aber vielleicht bin ich auch einfach zu schlecht informiert. Ja, der Alex hat gerade im Chat nochmal geschrieben, also es gehen wohl 20 Prozent an Benfica und dann nochmal 10 Prozent an dieses Konsortium, wo unter anderem auch sein aktueller Berater irgendwie Mitglied ist. Also das scheint irgendwie so ein mehreres Ding zu sein. Ja, okay. Also, aber auch da ist es nicht hundertprozentig fix. Das hört sich jetzt alles so an. Da gibt es bestimmt auch mehrere übereinstimmte Medienberichte, aber ganz definitiv wissen wir es nicht. Warten wir es einfach mal ab. Ja gut, du wirst es auch nicht hundertprozentig auf Detail erfahren. Nee, wirst du auch nicht. Außer wenn es ein ungewöhnlicher Erlös ist, wenn wir jetzt nicht 70, sondern 90 Millionen bekommen und das dann dementsprechend hocheskaliert, dann wird das wahrscheinlich nochmal ein Gespräch. Aber ich denke, es ist so oder so ein Deal, den du halt machen musst. Ja, also ich glaube als Eintracht auf jeden Fall momentan. Ich meine, wir haben eine relativ geringe Ablöse für den Spieler ja nur bezahlt und ich meine, so total bescheuert sind die von Benfica ja auch nicht. Denen ist auch schon irgendwie klar, dass solche Vereinbarungen da drin sind, sonst würden die sich wahrscheinlich auch auf diese Ablösesummen da jetzt irgendwie nicht einlassen. Aber gut, schauen wir mal. Jedenfalls haben wir die Kaufoption jetzt erstmal gezogen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Da haben wir auch gleich noch eine Hörerfrage dazu, aber erstmal habe ich ja noch zwei weitere aktuelle Themen auf der Liste stehen. Einmal nur ganz kurz, dieses Thema mit diesem Mbappu als Backup-Rechtsverteidiger scheint sich ja so ziemlich erledigt zu haben. Der hat sich dann jetzt wohl oder übel nach Wolfsburg aufgemacht. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, das soll er dann mal selbst rausfinden. Ja, es ist halt, ach, es ist einfach scheiße, ärgerlich. Ich meine, anscheinend hat die Eintracht nicht wirklich heftiges Interesse an ihm gehabt, muss man sagen. Anscheinend nicht, ne. Sonst wird es da wahrscheinlich auch andere Optionen geben, aber es ist einfach ein bisschen schade, weil ich habe mir eigentlich von ihm erhofft, dass er zu Eintracht kommen könnte. Wir hatten im Sommer drüber gesprochen, im Winter drüber gesprochen und jetzt geht es halt ausgerechnet zu Wolfsburg. Naja, für ihn ist es wahrscheinlich ein logischer Karriere-Schritt. Ob es der Beste ist, bleibt fraglich. Ja, finde ich auch eher schade, muss ich wirklich sagen. Aber gut, wie du sagst, Marvin, es wird wahrscheinlich der logische Schritt sein. Es ist trotzdem, ich bin gespannt, was dann für Namen im Sommer dann wieder auf den Tisch kommen und an der einen oder anderen Stelle, wenn wir ja so oder so nochmal nachlegen müssen. Deshalb, aber da kommen wir dann zur richtigen Zeit nochmal zu. Genau, und dann noch eine. Also es ärgert mich trotzdem, also sorry, aber es ärgert mich natürlich trotzdem, das wird auch immer so bleiben. Also wenn ich einen guten Spieler sehe, bei dem die Eintracht mal dran war oder ich das Gefühl hatte, dass er zu uns passen könnte und dann wechselt er zu so einem Verein, wo die allerwenigsten Spieler wirklich gut werden oder besser werden. Naja, aber gut, wir können es nicht ändern. Da hätte die Eintracht auch wahrscheinlich intensiver buhlen müssen und das gab es nicht insofern. Vom Gehaltsgefühl gab er wohl eher, oder Marvin? I don't know. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Eintracht wirklich halt nicht, guck mal, die haben ja nominell jetzt einigermaßen nachgelegt auf der Position. Also du hast natürlich mit Da Costa jemanden, der das ganz fest und auch stammplatzmäßig, Woche für Woche besteht, auch wenn wir jetzt nachher nochmal ganz kurz darüber sprechen werden, ob das wirklich so ist oder so. Aber es ist ja der ganz klare Stammspieler, der Eintracht auf dieser Position. So und dann hast du zusätzlich gesagt, okay, wen ich noch haben könnte und den haben sie dann im Winter verpflichtet, ist da ein Mami Touré. Und ein Mami Touré ist halt auch Rechtsverteidiger und ich glaube spätestens mit der Verpflichtung ist einfach die Sache Babu in weite Ferne gerückt. Das stimmt. Ja und Chandler hast du ja auch noch, auch wenn er gerade nicht so richtig da, aber du hättest ihn halt auch für diese Position noch. Ja genau, mal sehen wie lange, ich gehe dann nicht davon aus, dass er das Jahr hinaus noch bei der Eintracht verbleiben wird. Ich gehe eigentlich fast davon aus, wobei Chandler ist halt auch erst 29. Das heißt, wenn Chandler nochmal wieder fit zurückkommt, dann hast du halt auch geil abgeräumt. Dann hast du mit der Costa, mit Touré, mit Chandler drei gute Leute, die du alle erstellen kannst und dann gibt es keine Bedarfe. Ja und die Frage ist ja auch noch so ein bisschen, was überhaupt das Spielsystem dann ist. Also will Hütter dann im nächsten Jahr perspektivisch auf dieses 4-4-2 und spielen wir dann wirklich mit einem richtigen Rechtsverteidiger oder hast du nicht eher so ein mehr offensiv ausgerichteten rechtes Mittelfeld, rechtsaußen irgendwie sowas in der Richtung? Ja gut, das könnte der Babu ja. Dann ist halt die Frage, brauchst du halt wirklich so einen klassischen Rechtsverteidiger oder brauchst du da nicht eher einen anderen Spielertyp auch eher? Ja wobei, aber er ist nicht der klassische Spieler, er geht schon nach vorne und so. Also das wäre schon ein Vorteil gewesen. Ja gut. Da wäre dann eher Chandler sogar derjenige, der so ein bisschen so in Anführungsstrichen mit 29 die Ältere gerade bedient. Aber wie gesagt, ich glaube die Personalie war bei der Eintracht einfach nicht mal akut und das muss man dann dementsprechend so akzeptieren. Und wenn die Eintracht für Optionen sorgt, die uns dementsprechend befrieden, nehme ich das mit. So ist es. Dann noch eine Terminankündigung oder Terminänderung und zwar hat die Eintracht heute bekannt gegeben, dass durch das Weiterkommen in der Euroleague die Spielansetzung für den 33. Spieltag verschoben werden musste. Normalerweise sind ja an den letzten beiden Spieltagen immer alle Spiele, aber alle Samstag 15.30 Uhr. Das passt bei uns nicht, weil wir an dem Donnerstag davor ja in London spielen. Deswegen ist unser Spiel jetzt verschoben worden auf den Sonntag 18 Uhr gegen Mainz. Gab es glaube ich auch das letzte Mal irgendwie 19 irgendwas, habe ich gelesen. Ja, ist doch aber geil. Ich habe jetzt schon wieder von ein paar Leuten gehört, die sich darüber beschwert haben und haben gemeint, ja wie kann das denn sein und das ist Spielverzerrung. Leute, ganz realistisch gesehen, für Mainz wird es um fucking gar nichts mehr gehen, um überhaupt nichts. Und wenn andere Vereine ähnlich auch im Halbfinale wären, da würde darüber genauso diskutiert werden, würde auch gesagt werden, okay wir machen das auch im Wohle des Bundesliga-Ansehens. Denn im Endeffekt repräsentiert die Frankfurter Eintracht die Bundesliga gerade europäisch, ja, als einzige Mannschaft in Deutschland, aus Deutschland. Also und wenn sich jetzt hier ein paar halbseidene, ja, Kokosblütenpflücker, was es nicht gibt, das ist ein komischer Ausdruck, gibt es überhaupt keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall Unsinn, weil ich habe hier gerade einen Kokosnussdrink, der schmeckt übrigens sehr gut und mir ist nichts Besseres eingefallen. Aber also wenn sich irgendwie so ein paar Vögel darüber beschweren, ey whatever, der Eintracht, der kommt das gut zu passe und ich finde das eine super Lösung. Da muss ich sagen, Chapeau und danke DFL, denn so ist zumindest ein bisschen mehr Regeneration möglich. Das geht auch erst seit kurzem, oder? Da ist eine Regeländerung, glaube ich, gewesen. 2010. Ja, genau. Also so kurz ist das jetzt auch nicht mehr. Ja, aber also ich muss sagen, es ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass das mal vorher stattgefunden hat. Also wurde die Eintracht definitiv mal, entweder war vorher die Konstellation nie so, weil ich tippe mal, wenn die Bayern oder sonst was da gespielt hätten, hätten sie garantiert auch die Verschiebung auf den Sonntag bekommen. Aber hat mich gefreut, Marvin, wie du schon sagst, erst mal lass dir deinen Kokosnussdrink oder wie auch immer schmeckt. Das ist saulecker eigentlich, das hätte ich nie gedacht. Aber auf der anderen Seite ist natürlich toll, dass da einmal, ja, diese Benachteiligung, die ja wirklich dann da gewesen wäre, mal aufgehoben wurde. Und da ist das System auch mal sinnvoll, mal vielleicht ein bisschen was zu verschieben. Du hast es schon angesprochen, klar gibt es da die ein oder andere Stimme, die sich da wieder drüber aufgeregt hat. Aber Leute, man kann sich über jeden Scheiß aufregen und chillt mal ein bisschen und alles gut. Und wie gesagt, ich finde das eine coole Lösung. Ich würde es übrigens für jeden anderen Bundesligisten, selbst Wolfsburg würde ich das auch gut finden. Sofern die international so weit vorne wären. Insofern, das macht einfach Sinn. Ja. So ist es. Und dann hat Dennis hier gerade noch was Aktuelles eingetragen. Und zwar geht es um Petro Ruiz. Genau, also, aber war auch nur, ja, so ein kleines, kleines Schmankerl. Ein 19-jähriger Nachwuchsstürmer von Real Madrid spielt, glaube ich, im Moment in der U19 oder U21, ich weiß jetzt gar nicht, U19, glaube ich. Oder in der B-Mannschaft von Real. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall ein Talent, ein cooler Spieler wohl. Habe ein paar Videos mir dazu angeguckt. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Und Real hat so ein bisschen Interesse gezeigt, dass falls ein Wechsel von Luka Jovic zu Madrid stattfinden sollte, dass das ja gerne ein bisschen mitverrechnet zu einem guten Deal werden könnte. Mit eventuell auch einer Laie oder einem Transfer mit Rückkaufoption oder einem fixen Kauf. Also sie können sich da sehr viel vorstellen. Und du merkst, was eigentlich, weshalb ich das mit aufgenommen hatte, war, du merkst, dass die Connection zu Real wirklich mittlerweile sehr, sehr gut zu sein scheint. Mit Valero und Mascarell hatten wir ja schon zwei Spieler hier, die sich hier wirklich gut eingefunden hatten. Wäre natürlich super, wenn wir da auch von einem Petro Ruiz profitieren könnten. Und gute Nachwuchsstürme kann man immer brauchen, denke ich. Ja, also finde ich interessant. Hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber natürlich, wenn es da eine Möglichkeit gibt, dass man sagt, okay, das Geld fließt eh und vielleicht brauchen wir auch einen guten Ersatz oder jemanden Backup, der uns da dementsprechend ganz günstig zur Verfügung stellt, wird keine schlechte Sache. Ja. Okay. Hatte ich jetzt noch gar nicht mitgekriegt heute. Nee, ich auch nicht. Also ich hatte das nicht mitgekriegt. War, glaube ich, in der Sport 1 oder sowas, hatte ich das, glaube ich, gesehen. Ich habe den ganzen Tag überhaupt nichts lesen können. Na, es ist interessant. Jetzt kommen so langsam ein bisschen die Gerüchte, was ist möglich, was passiert. Vor ein paar Wochen hatte ich schon über den Mittelstürmer von Heidenheim den Glatzel gelesen, dass der über das auch Eduard Löwen, über den wir auch wahrscheinlich zu gegebener Zeit wirklich nochmal sprechen müssen. Erst 22 Jahre defensives Mittelfeld, dass der FC Nürnberg, einer der Top-Spieler dort, war länger verletzt und hat man auch gemerkt, dass er den Nürnbergern gefehlt hat, jetzt wieder präsent. Also alles interessante Spieler und ich glaube, dass unsere sportliche Führung da ganz genau drauf schauen wird. Ja, schauen wir mal. Also ich glaube, da wird es auf jeden Fall nochmal ein bisschen eine Rotation geben. Und dazu passt auch unsere Hörerfrage, die wir bekommen haben. Und diese kommt diese Woche vom EFC Apple Warrior. Vielen Dank dafür. Und zwar schickt er uns die Frage, ihr dürft euch einen voraussichtlichen Abgang nach Ende der Saison aussuchen. Egal was passiert, bleibt, welcher Spieler wäre das? Wenn es. Warte mal, die Frage ist also, ich darf mir einen Abgang aussuchen. Genau. Egal ob Champions League, nicht Champions League, egal wer bleibt oder nicht bleibt, wer wäre der eine, wo du sagst, ja, wer wäre okay? Ja, gut, Spieler, die überhaupt nicht berücksichtigt werden. Ein Stendera zum Beispiel wäre für mich absolut in Ordnung, wenn er geht. Nein, aber darauf spielt die Frage ja nicht ab, sondern mit einem ordentlichen Ertrag wahrscheinlich. Genau, ich glaube, das ist das. Ich tippe mal unsere Büffelherde, wer soll von denen im Endeffekt gehen, am ehesten. Ich muss tatsächlich sagen, mittlerweile denke ich, dass Jovic leider die logische Konsequenz ist. Ein Haller, ich finde, wir sehen schon, dass er die letzten Spiele extrem gefehlt hat. Gerade dieses, ich nehme einen Ball an, mach die Räume breit, gib Meter. Auch ein Rebic würde mir sehr wehtun, weil er einfach durch sein, wenn er fit ist, wenn er wirklich hundertprozentig fit ist, er läuft diese Meter, er gibt die Route vor. Er ist der erste Verteidiger in der Mannschaft. Jovic, klar, es ist ein absoluter Oberspieler, aber wenn du diese Unmengen an Geld tatsächlich erhalten solltest, die jetzt aktuell da im Raum stehen, würde ich tatsächlich sagen, Jovic darf gehen für einen super Gehalt, für einen super Ablösebetrag und die anderen zwei müssen da bleiben. Marvin? Da gehe ich absolut mit, denn es hat alle Gründe aufgeführt. Ich sehe es ganz genau so. Ich finde, Haller ist derjenige, der unfassbar essentiell für dieses Spiel ist und den ich auf kein Geld der Welt verkaufen würde. Am ehesten wäre es für mich auch Jovic. Ja, sehe ich genauso, zumal für mich ein Jovic auch dann deutlich besser performt, wenn ein Herr Leer neben ihm spielt, wohingegen ich gerade so ein bisschen das Gefühl habe, dass ein Rebic, auch wenn er manchmal nicht so richtig motiviert scheint, aber da auch so im Alleingang da ein bisschen mehr fürs Spiel tun kann. Ich glaube, es wird so oder so schwierig, einen Jovic am Ende der Saison zu halten, egal, ob wir in der Champions League spielen werden oder in der Euroleague oder wo auch immer. Von daher wäre das auch so der, wo ich sagen würde, ja, und dann bringt es uns hoffentlich ordentlich Geld in die Kasse, mit der wir uns wieder so ein bisschen nach vorne ausrichten können. Ja. Sind wir uns doch alle einig. Hervorragend. Ja, und dann müssen wir jetzt mal zum Spielerischen kommen, was in der letzten Woche oder in den letzten Tagen so stattgefunden hat. Und wir fangen natürlich chronologisch korrekt mit dem Rückspiel gegen Lissabon an. Eine mehr als immense Stimmung, würde ich es jetzt mal nennen, wieder mit einer grandios geilen Choreo zu Beginn, die sich wieder über das ganze Stadion erstreckte. Das war Gänsehaut-Feeling, würde ich es jetzt mal nennen. Also da haben sich alle die, die das Ding geplant und weiß ich nicht, wie viele Tage, die da an der Vorbereitung gesessen haben, wieder mehr als übertroffen. Es ist auf jeden Fall unfassbar gewesen. Dennis, wir waren ja gemeinsam unterwegs. Was eine grandiose Stimmung, oder wie laut war dieses Stadion? Es war Gänsehaut-Atmosphäre pur, oder? Ja, auf alle Fälle. Auch was du gemerkt hast, was unglaublich gut tut, ist, dass bei solchen Events, weil du weißt, es sind natürlich auch ein paar Eventies im Stadion, Leute, die du sonst im Blog nicht so siehst, alte Lieder ausgepackt, die wirklich jeder kennt, der irgendwann mal in den letzten 20 Jahren so ungefähr im Stadion war, die alle mitsingen können. Dadurch erzeugst du eine unglaublich gute Stimmung und die Leute sind motiviert mitzusingen. Es sind ein paar neue, die neuen Lieder teilweise auch nicht schlecht, aber du merkst immer, es sind dann vielleicht zehn Leute in einem Blog, die lautstark mitsingen, insbesondere bei uns zumindest der 42 drüben. Im 40er natürlich viel, viel mehr. Aber gerade umso weiter du an die Ränder kommst, umso schlechter wird die Beteiligung. Hast du unter anderem jetzt insbesondere bei dem Lissabon-Spiel wieder gemerkt, alte Klassiker ausgepackt, die Leute singen mit, die Leute sind motiviert. Und klar, Marvin, du hast schon auch gesagt, diese Stimmung auch, wie die Leute sozusagen am liebsten 90 Minuten mit dem Fähnchen gewedelt hätten. Also schon sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Super geile Choreo auch, wirklich Respekt, das macht einfach Freude. Das ist echt eine herzerwärmende Atmosphäre zu sehen, wie viel Herzflut da reingesteckt wird. Es war ein unfassbar magischer Abend. Das war genau das, über was wir auch gesprochen haben, was du brauchst, um ein 4 zu 2, ein 2 zu 4 im Hinspiel zu egalisieren und unschädlich zu machen und dementsprechend für etwas Neues zu sorgen und zwar für die nächste Runde. Und das hat die Eintrachtkunden geschafft, aber ich glaube auch, das ist zumindest mein Eindruck, mit großem Willen und mit großer Leidenschaft durch die Fans auch. Ich glaube, das trägt Spieler schon. Ja, also da bin ich fest von überzeugt, dass dich das nochmal um locker 20 bis 30 Prozent mehr pusht, gerade an so einem Abend, wenn du halt wirklich die Möglichkeit hast, da was Historisches zu schaffen, was jetzt auch nicht total unmöglich ist. Und ich glaube, das hast du auch über den Spielverlauf hinweg gesehen, wie da wirklich die Spieler sich reingeworfen haben. Allem voran natürlich auch ein Falett, wo ich am Anfang so ein bisschen Schiss hatte, als er da in der Startelf stand und ich mir gedacht, um Gottes Willen. Wir alle, wir hatten alle Angst, sei mal ehrlich, wir haben alle gedacht, das ist gar nicht böse gemeint, aber wir haben gedacht, okay, du musst on top sein, du musst eigentlich das beste Besteck, was du hast, raushauen, um im Endeffekt dort erfolgreich zu sein. Und Falett ist natürlich jetzt nicht als Stammspieler, jetzt sage ich mal großartig in Erinnerung, aber er hat es wunderbar gemacht. Ich ziehe meinen Hut von einem eh herausragend, sympathischen Spieler, der an diesem Abend auch noch gezeigt hat, dass er einen wunderbaren Ball spielen kann, jetzt nicht in Sachen Technik und so weiter und so fort. Aber im richtigen Moment hat er alles richtig gemacht, jede Gerätschaft richtig gesessen, er war im Zweikampf bärenstark. Das ist super und das ist der Falett, weswegen die Eintracht ihm vielleicht auch mal geholt hat. Ja, und der auch natürlich als Backup in so einer Situation, in dem es dann hinten ein bisschen eng wird, den du brauchst, gerade auch, um so Spiele zu überstehen. Ihr habt es richtig gesagt gehabt, leider, wir kommen ja dann gleich noch zum Spiel, er hat halt so viele Höhen und Tiefen, er hat immer mal einen Aussetzer drin gehabt. Das war gegen Benfica, war es wirklich so, dass ich sage, er hat eigentlich über 90 Minuten eine überzeugende Leistung gezeigt, ohne mal diese extremen Aussätze, wo du einfach nur denkst, oh Gott, was macht er denn da jetzt wieder? Und das ist eigentlich der Spieler, wenn er das die ganze Saison zeigen würde oder zumindest in den Spielen über fünf, sechs Spiele in Folge zeigen könnte, wäre er auch, glaube ich, nicht auf der Bank gelandet. Dann wäre er wirklich eine Alternative für die Startelf gewesen. So ist es einfach ein sehr, sehr guter Backup, wenn er die Leistung so gezielt abrufen kann. Eine Sache noch zu den Leuten, wie sie motiviert waren, geniale Szene fand ich wieder, als die Spieler gefilmt wurden, kurz bevor der Anpfiff stattgefunden hat. Und Terebic mit Gasinovic in der Ausstellung, die sich schon so ein bisschen drüber lustig machen und guck dir an, die Verrückten, was die hier wieder alles auf den Rängen gezaubert haben. Also es ist schon geil, du merkst, das motiviert, glaube ich, ungemein. Das ist genau das, was ihr sagt. Das ist nochmal diese 10 Prozent Push, den vielleicht du brauchst, um auch diese, boah, ich bin eigentlich müde, wo stehe ich hier, muss ich schon wieder abends spielen, ich bin eigentlich platt. Das zu überwinden und zu sagen, jetzt Vollgas, geil, die Leute sind auch richtig geil drauf, ab geht's. Ich denke schon, dass das helfen kann. Ja, sehe ich ganz genau so. Ich glaube, die Aufstellung an sich war auch ein bisschen offensiver. Wir hatten ja Garcinovic und Rode im Mittelfeld, die so ein bisschen vor Fernandes, fand ich, immer ein bisschen gespielt haben und ganz vorne dann in Jovic und in Rebic. Ich fand aber, das ist in dem Fall halt wirklich auch mit, also es war schon offensiv, aber es war jetzt nicht so kopflos nach vorne, sondern man hat sich schon sehr genau überlegt, welchen Pass man dann wann spielt, wobei man auch da wieder sagen muss, es war halt viel, dadurch, dass wir halt einfach dieses, dieses, das Mittelfeld so ein Stück weit nach vorne geschoben haben, haben wir halt einfach viel Langholz gespielt und das fand ich war so ein bisschen schwierig, weil du halt einfach da wieder gemerkt hast in diesem kompletten Spiel, wie wichtig ein Haller gewesen wäre da vorne, um diese Bälle irgendwie anzunehmen, weil so gut in Jovic und in Rebic und auch in Kostic da vorne unterwegs sind, aber mit diesem Langholz und dann irgendwie annehmen und verteidigen und so weiter, das ist halt einfach nicht deren Spielstil. Ja, aber was willst du machen? Also du musst halt mit dem arbeiten, was du hast und du hattest halt viele Spieler, die nicht verfügbar waren und musstest halt überlegen, wie komme ich an? Das war vielleicht nicht die schniegste und feinste Art und Weise, Fußball zu spielen. Das war jetzt ja auch kein mega hochklassiges Spiel, aber darum ging es halt nicht. Es ging um die Intensität, es ging um die Bereitschaft hier wirklich Unfassbares zu erreichen und das ist gar nicht hoch genug zu bewerten und ich glaube, dass jeder trotzdem dann auch zufrieden war. Ich glaube, selbst neutrale Zuschauer sind auf ihre Kosten gekommen, nicht aus rein sportlicher Sicht, aber aus der Entertainment-Perspektive zu sehen, okay, hier gehen die Fans ab, hier ist die ganze Zeit 90 Minuten, 95 Minuten Stimmung und dann siehst du eine Mannschaft, die einfach so einen Rückstand komplett egalisiert und genauso hoch springt, wie sie springen mussten. Ja, genau. Also 2-0 wäre das gewesen oder war genau das, was wir brauchten und das war auch das Ergebnis, was wir dann am Ende eingefahren haben. Ein 1-0 durch Philipp Kostic, der, ich glaube, minimal im Abseits kam, ich konnte das nicht so richtig sehen. Ja, minimal, genau. Glücklicherweise gibt es keinen Video-Assistent-Referee in der Euroleague. Das war wirklich mal Glück für uns auf jeden Fall. Ja gut, also das Glück haben wir uns auch hart erarbeitet an der Stelle, also kann man auch nichts gegen sagen, aber dass er halt auch wirklich dann da steht und geistesgegenwärtig dann da halt auch wirklich hingeht, der hat ja sowieso wieder ein Mörderspiel da auf der Außenbahn abgerissen. Ich glaube, den kann man gar nicht oft genug an der Stelle einfach auch loben. Aber dann auch das 2-0, was ein Rode dann nach der Vorlage von Rebic dann da einfach so im Liegen, so halb im Fallen quasi über diese Linie brutalisiert. Ja, also da hast du auch einfach gemerkt, das musste jetzt sein. Ist mir alles scheißegal, ich mach jetzt einfach das Ding, ist unfassbar. Es wurde ja echt kein Goalkeeper, also kein Goalgetter, ne? Goalkeeper auch nicht, aber auch kein Goalgetter. Und ey, wie er das Ding gemacht hat, das macht er auch nur. Dieses wichtige Ding war dann wirklich. Geil, ey, was, und auch, es ist nicht, also, es war ein wirklich magischer Abend, was soll man dazu so großartig sagen, es hat alles gepasst. Ja, aber auch andere Spieler, ich erinnere mich noch an die Szene von Patienzer, der quasi im Liegen gegen drei Benfica-Spieler dann den Ball noch quasi von der, hier so in so einer Breakdance-Pirouette da dann wieder zum Spieler, zum Mitspieler passt. Also das war halt auch, da hast du halt wirklich gemerkt, da ist jeder auf Kampf eingestellt, da geht kein Ball verloren, da geht es sofort hinterher. Und ich glaube, die letzten zehn Minuten, wo es dann auch nochmal so ein bisschen spannend war, das war auch quasi ein einziger laufender Kampf da auf dem Platz. Ja, und dann ist aber, gerade diese Pirouette, da war irgendeiner von euch geilen Typen hier auf Twitter, die dann auch bearbeitet und hat irgendwie, glaube ich, eine geile Musik drunter gelegt. Ich glaube, das war der Dope Waits, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber richtig cool, ey, ey, spitze. Es hat alles gepasst, diese Momente dann auch. Und dann aber, wie gesagt, auch jeder Zweikampf. Rode ist gerannt bis zum Geht-nicht-mehr. Echt, das ist wie die, und keine Ahnung, auch kostet, ganz ehrlich, ja, man kann jetzt sagen, natürlich war das vielleicht leicht im Absatz des 1-0. Aber der Junge ist auch einer der konstantesten Spieler der ganzen Rückrunde bislang. Ja, hat wirklich wenig Downs gehabt. Der hat sich da bei so einem Ding halt auch einfach selbst belohnt. Und ich finde es auch geil, dass er halt nicht zurückgeschreckt hat, als er gedacht hat, das war Abseits. Nein, er probiert es, er macht es. Und man kann ja immer noch gucken, wenn der Schiedsrichter pfeift und sagt, es war Abseits, okay. Dann habe ich es wenigstens probiert. Ja, definitiv. In jedem Fall. Der Geile ist natürlich auch, Leute, wenn man überlegt, wie platt diese Mannschaft eigentlich schon eine Woche vorher war, wo sie mit Krämpfen war. Ich glaube, war das bei dem Spiel, wo Rode auch wirklich völlig am Ende war, völlig K.O., wo du gedacht hast, ach du Jemini, wen soll man denn jetzt die nächsten Spiele ausstellen, was ist da los? Auch Riesenlob erstens an die Physio-Abteilung, dass die sich so wieder immerhin auf die Reihe bekommen, dass die wieder über 90 Minuten das gehen können. Oder zumindest über 85, Rode, auch eine wichtige Personalie, die dann kam, Toro. Auch für mich ein wichtiges Zeichen, dass er jetzt wieder langsam wirklich an der Mannschaft dran ist. Aber auch der Rest, es ist so geil, dass sie sich jedes Mal wieder so über ihren Zenit, das muss so schmerzen. Es muss gerade für einen Kostic, wenn er diese Meter auf der Seite läuft und dann in den letzten Minuten noch diese Sprints hinlegt, das ist ja immer noch so. Es ist, viele sagen, ja, okay, der hat jetzt mittlerweile, weil, kommen wir auch gleich noch zu dem Wolfsburg-Spiel, klar, es läuft dann manchmal auch ein bisschen blöd, aber dieser Wille zumindest da Vollgas zu geben und das bis zur letzten Minute, das ist einfach richtig geil. Und deshalb kann ich auch verstehen, die Aussage, die Bobic im aktuellen Sportstudio gemacht hat, zu sagen, die Leute gehen mit dem Glitzern auf den Platz, sie haben Bock, die haben richtig Laune und fühlen sich wohl in Frankfurt. Ja, ich finde, das merkt man bei all den Spielern, die hier wirklich zumindest uns einen super Abend bescheren und uns eine super Zeit bescheren, merkt man das auf jeden Fall, dass die alle auch Bock haben, Fußball zu spielen und das bei der Eintracht. Und hoffen wir mal, dass das noch ein bisschen so weitergeht. Ja, das definitiv. Und du hast es auch gemerkt, sie haben danach mit den Fans gefeiert, das war auch eine sehr, ja, fehlt mir gerade das richtige Adjektiv dafür, aber so eine sehr gemeinschaftliche, sehr familiäre Stimmung einfach. Also das war einfach ein in Summe gelungener Fußballabend und da fehlen mir ein bisschen die Worte dafür. Ja, genau so sagen. Das ist wunderbar und das ist eigentlich unfassbar, dass wir sowas eigentlich erleben können. Also ich meine, vor drei Jahren, ja, ich muss es halt immer wieder sagen, aber vor ein paar Jahren, als wir noch im Abstiegskampf waren, irgendwie gerade Relegationen irgendwie hatten oder kurz vor der Relegationen standen. Das war ja das Ziel Relegationen, lustigerweise, dass wir überhaupt in die Relegationen kommen. Da hat man über solche Sachen gar nicht nachgedacht. Und jetzt ist es wirklich wahr, dass wir nicht zu einem Freundschaftsspiel gegen Chelsea antreten, sondern ein fucking Pflichtspiel. Wir haben zweimal die Möglichkeit, Unfassbares, noch mehr Unfassbares zu erreichen. Und es ist wirklich nicht unrealistisch. Und das ist Magie, bei der ich nicht gedacht hätte, dass sie eintreten kann. Ganz ehrlich, wir haben ja oftmals darüber geredet, wir reden schon so lange hier im Podcast darüber, dass es zum Beispiel für mich oder auch, glaube ich, für uns alle irgendwie relevant ist, dass man Entwicklungen sieht bei seinem Verein. Und dass man das Gefühl hat, es tut sich was. Und auch wenn es immer wieder Rückschläge gibt, was denklogischerweise halt bei einem Fußballverein immer passieren kann, bei dem es Abstieg gibt. Ja, das hast du natürlich bei Vereinen in den USA oder so oder jetzt auch bei anderen Sportarten nicht immer das Aufhör und Abstieg. Aber das macht ja die Essenz des Fußballs ein Stück weit aus, ist aber gleichzeitig halt auch extrem gefährlich für solche Vereine. Und dass wir aber trotzdem wirklich seit ein paar Jahren einen Aufbau sehen können, eine Entwicklung, das etwas besser wird und sich jetzt so hin eskaliert hat, damit hätte ich niemals gerechnet. Nee, ich auch nicht. Also ich habe auch gedacht im letzten Jahr, dass der Pokalsieg das Höchste der Gefühle jetzt erstmal war und wir dann eine entspannte Saison sehen, aber ohne diese großen, großen, großen Highlights. Und dann hast du jetzt das, dass du im Halbfinale der Euroleague stehst, mit, wie du schon sagtest, durchaus realistischen Chancen da, auch den letzten Schritt zu machen und halt wirklich ins Finale zu gehen. Ich meine, da ist jetzt, glaube ich, auch jeder Spieler mehr als motiviert, dieses Ding da jetzt irgendwie zu versuchen mitzunehmen. Das haben sie, glaube ich, auch alle soweit ich das gesagt oder mitbekommen habe gesagt, so nach dem Motto, jetzt, wenn wir schon einmal soweit sind, dann wollen wir jetzt auch ins Finale. Ich glaube, das musst du jetzt als Spieler einfach auch haben, sonst brauchst du auch gar nicht auf den Platz zu gehen. Chelsea hat zwar auch große Namen, aber ist jetzt auch nicht, also ich meine, wir haben jetzt schon so viele Champions-League-Mannschaften in diesem Wettbewerb irgendwie weggehauen. Ja, und es wird wahrscheinlich auch da, gerade das Hinspiel, was ja in Frankfurt stattfindet, wird auch wieder ein sehr energetisch geladenes. Das wird wahrscheinlich auch kein Highlight-Spiel werden, aber da wird es auch wieder mit viel Kampf und viel Herzblut vorangehen. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten. Leute, und jetzt nochmal was ganz Wichtiges, was man an der Stelle nie vergessen darf. Wir haben es hinbekommen, obwohl wir dann so Rückschläge haben, wie, oh nein, Hinteregger fällt aus. Oh nee, ein Dicker ist gesperrt, weil er die rote Karte bekommen hat. Oh nee, jetzt hast du auch vorne Haller, kannst du immer noch nicht darauf zugreifen. Einige Spieler sind angeschlagen, einige können nicht mit. Die Mannschaft ist so ein bisschen dann Verzögerung mit Abflug und was weiß ich, was da alles für eine Scheiße ist. Und trotzdem schaffen wir es dann, dass sie sich so motivieren, diesen Mist noch zu drehen und dann eine Runde weiterzukommen. Leute, wenn auch alle sagen, ja, ihr habt halt das Glück und bla, und dann war es abseits und das wurde nicht gefilmt. Und du denkst, leckt mich, muss ich ja wirklich sagen, wir haben so viel Mist auch erlebt jetzt schon wieder, wo du sagst, meine Güte, wie blöd, dass gerade diese auch teilweise Verletzungsmisere von wichtigen Spielern, von Schlüsselspielern, Hinteregger, eine geniale Saison bis jetzt gespielt für uns und dann so ein Mist, dass er da eben jetzt dieses Verletzungspech hat. Haller, der wirklich, wo wir vorhin auch gesagt haben, einer der essentiell wichtigen Spieler, gerade wenn du dieses Langholz hast und so weiter, das ist natürlich was, was du erst mal wegstecken musst. Und deshalb Chapeau Adi Hütter, das so hinzubekommen, erstens die Mannschaft so einzustellen und zweitens auch den Glauben nicht verlieren zu lassen. Wir können da heute was reißen, auch wenn ein paar Schlüsselspieler wegfallen. Und ja, geil, Leute, deshalb, da ist auf jeden Fall was drin. Und auch in der Bundesliga ist auf jeden Fall noch was drin. Und zwar nicht nur Platz 5. Ja, das stimmt. Gute Überleitung eigentlich. Genau, dann lass uns doch da weitermachen, weil ich glaube, auf Chelsea als den kommenden Gegner können wir in der nächsten Woche noch mal ein bisschen mehr drauf gucken, wenn wir auch noch mal sehen, wie vielleicht Verletzungen oder Rückkehrer oder Leistungen sich dann jetzt irgendwie gezeigt haben. und dann lass uns jetzt mal über das Spiel vom gestrigen Abend, Montagabend, 20.30 Uhr, das Spiel in Wolfsburg. Und ganz ehrlich, wenn ein Spiel das Prädikat Montagsspiel verdient hatte, dann war das anstrengend. Ja, aber das zieht halt auch genau das an, was du angedeutet hast, was Dennis schon gesagt hat. Die Mannschaft ist natürlich schon fertig. Also das ist leider so, dass die Eintracht von der reinen Physis her natürlich immer noch ein bisschen gehen kann. Aber irgendwann halt einfach ist es vorbei. Ich glaube, die Europa League zerrt natürlich, weil die es auch nicht gewohnt sind, immer diese Doppelbelastung. Ich meine, letztes Jahr hatten wir Euro League, hatten wir DFB-Pokal. Das war auch anstrengend. Das war aber noch mal ein bisschen was anderes, weil du de facto weniger Spiele hattest als jetzt schon in der Europa League. Also du merkst es halt einfach. Es gibt trotzdem ein paar Ausfälle. Wir können froh sein, dass mit Thoreau jetzt der eine oder andere, der erste Zoll kommt. Und jetzt wahrscheinlich hinter der Ecke ist vielleicht bald auch wieder fit. Das ist ganz gut. Wir haben vorhin schon mal über Chandler gesprochen. Auch der kann wieder zu einer Option werden. Also da lichtet so ein bisschen sich das Ganze. Aber es ist halt einfach so, wichtige Spieler fehlen dir wie alle. Also auch Zielspieler. Und du bist halt in der Situation, dass du einfach sagen musst, okay, da muss ich, und da kann ich nicht alles mit Schönheit wegmachen. Ich habe auch nicht immer diesen Drive, und das funktioniert, es gelingt mir nicht immer. Ich komme nicht immer ins Spiel, weil gestern sind sie zum Beispiel einfach nicht ins Spiel gekommen. Sie haben gegen Wolfsburg eigentlich immer ein bisschen zu spät gelegen. Ja, aber weil du auch, ich glaube, du hast schon richtig gesagt, von der Physis her, glaube ich, macht das nichts, weil dann legst du halt einen Gang zurück im Training und so weiter. Hast du halt noch ein Spiel in der Woche. Ich glaube, das ist es nicht, sondern du hast es genau richtig gesagt. Diese mentale Anspannung, die du brauchst, um da 100 oder 110 Prozent zu bringen. Wolfsburg ist ja auch kein totaler Gurken-Club, wo du sagst, mein Güte, wenn ich da 70 Prozent gebe, packe ich das auch. Sondern das Problem ist, die individuellen Spieler sind schon gut besetzt, und du musst einfach 100 Prozent bringen, um Wolfsburg wirklich schlagen zu können. Und 110, da kommst du dann, gerade wenn unser Kader, wenn du mit voll, wenn du hier mit vollem Elan hingekommen wärst, volle Kaderstärke, auch mit voller Motivation, auch mit Vollgas von Minute eins an, anlaufen, richtiges Anlaufen. Und Marvin, du hast es richtig gesagt, dieser Schritt zu spät, das liegt aber meistens nicht mal dran, dass die Spieler zu müde sind vom Körperlichen her, sondern eher, ach, jetzt das tut noch ein bisschen weh und dann, ach, dann lass ich es doch lieber mal sein und mein Nebenmann, der macht das schon für mich. Und das ist dann das, was mich ein bisschen nervt, dass du natürlich wieder diese Chance, und deshalb hoffe ich auch, dass das in den nächsten vier Spielen, die wir ja in der Bundesliga noch haben, nochmal irgendwie dieser Saft noch ein bisschen weiter ausgequetscht werden kann. Weil, ich glaube, in den Körpern ist noch einiges drin. und du kannst hier wirklich auch gegen Wolfsburg bei so einem Scheiß-Montagsabends-Kick ein bisschen mehr zeigen. War schwierig, war auch tatsächlich, ich fand diese Aktion mit den Bällen auf jeden Fall wieder super. Ja, es ist aber natürlich sowas, die Spieler, hast du schon gemerkt, boah, jetzt sind sie schon wieder aus dem Spiel draußen, jetzt kommen sie wieder schwierig ins Spiel rein, dann war nochmal eine Aktion, dann war nochmal irgendwie eine Unterbrechung, dann merkst du einfach, das ist insbesondere für unsere Spieler momentan super schwierig, diese Anspannung im grauen Liga-Alltag, wird ja immer so schön gesagt, dem Strasenspein werfe ich jetzt mal obligatorisch 5 Euro, aber das merkst du schon, mehr graue Scheiße als Wolfsburg am Montagabend geht ja kaum. Ja, also es war auch für mich als Zuschauer fand ich das auch schwierig, also ich kann die Spieler da glaube ich schon komplett nachvollziehen, nicht verstehen, wie du schon sagtest, du hast da diese Aktion, wo du quasi in der ersten Minute dann direkt diese Unterbrechung wieder hast, die dauert irgendwie 2-3 Minuten, du hast vielleicht sowieso irgendwie gerade keinen Bock da zu stehen, es ist irgendwie alles blöd, dann wirkt es auch noch von der Atmosphäre her so komisch, weil ja dann auch noch der Support in der ersten Hälfte ausgeblieben ist als Protest gegen das Montagsspiel, das hört sich ja dann nochmal irgendwie zweimal blöder an, also es war so in alles und allem glaube ich schon sehr schwierig und ich meine, es hätte wahrscheinlich funktioniert, wenn du auf der anderen Seite eine Mannschaft gehabt hättest, die ich dann irgendwie so ein bisschen in dieses Spiel dann reinbringt, wo du halt einfach merkst von wegen, okay, hier findet halt auch quasi so ein, ja, ich will es jetzt nicht offener Schlagabtausch nennen, aber halt irgendwie etwas, woran du dich dann so ein bisschen auch pushen kannst statt, Wolfsburg hatte zwar Chancen, aber so richtig die Sterne vom Himmel gespielt haben, die für mich auch nicht. Ja, naja, aber sie hatten schon mehr Chancen. Ja, sie hatten mehr Chancen, aber das war jetzt auch nicht irgendwie, wo ich sagen würde, okay, das rechtfertigt jetzt, dass ich mir Montagabend hier ein Bundesligaspiel angucke. Ja, gut, also, ja, es ist halt sowieso schwierig, wenn der Gegner halt Wolfsburger ist, ne, ich meine, was soll man sagen, die sind in der Liga, die musst du halt bespielen, sie waren nicht schlecht, ich fand, die Wolfsburger waren einfach immer wieder relativ gefährlich, aber hängt auch damit zusammen, weil wir sie streckenweise auch eingeladen haben, durch unsere eigene, ja, nicht kompakte Stellenweise, ähm, da ist einfach nicht viel zusammengegangen, aber auch, nochmal, ja, aber in neun von zehn Jahren hätten wir das Spiel halt einfach sangklanglos verloren, diesmal haben wir es nicht verloren, trotzdem ist es halt ein bisschen scheiße, weil wir haben zwischenzeitlich sogar geführt, das ist alles, ich denke. Genau, also wir hatten lange auch so ein bisschen da wieder das Glück auf unserer Seite, ich weiß gar nicht, wie oft Wolfsburg irgendwie Querlatte, Pfosten, was weiß ich was irgendwie getroffen hatte, da war ja einiges irgendwie, ähm, dabei, dann hatten wir auch wieder die Aktion, wo, ich glaube, es war auch wieder Hasebe, der wieder auf der, auf der Linie, das Ding da rettet, ja, ähm, nach dem Schuss von, ich weiß gar nicht was, Weghorst, ich glaube ja, ähm, der dann halt auch wieder, das sah in der Wiederholung so geil aus, wie ein Hasebe da einfach so total lässig, ja, dann laufe ich mal hin und kriege das Ding da mal raus, auch wenn er halt am Torwart vorbei ist, das war halt auch irgendwie mega, das ist ein Hasebe, wie wir ihn lieben, äh, und dann hast du irgendwie diese, diese, äh, Einwechslung von Degussmann und Rebic, die, wie ich fand, ein wirklich immens das Spiel belebt haben, gerade ein Rebic, der halt dann wieder sehr in die Offensive gegangen ist, das Pressing gemacht hat, früh die Spiele angelaufen ist, und dann hast du einen Degussmann, der halt gedankenschnell irgendwann in der 78. 79. dieses Ding dann da über die Linie, wirklich drüber, weiß ich nicht, mentalisiert, brutalisiert, alles, was euch an Adjektiven da einfällt, und dann musst du es eigentlich nur durchziehen, und dann kriegst du am Ende von diesem Pucks, dieses blöde Tor, was hab ich mich geärgert, ja, aber wir haben halt auch die letzten 10 Minuten echt darum gebettelt, diesen Gegentreffer zu kriegen, das kann man halt auch nicht ganz so sagen, ja, es ist halt trotzdem scheiße, dann denkst du eigentlich, jetzt wir sind in der 90. Minute, und jetzt haben wir es doch gleich, und dann so, ja, dann bist du ja nicht clever genug, dann bist du irgendwie mit dem Kopf schon, beim nächsten Gegner, beim Physio bei was weiß ich was, und dann kriegst du da irgendwie dieses Ding da reingeschoben, es sind aber zwei Sachen, die ich finde, also einmal in der letzten Szene ist sehr, sehr schade, dass Abraham da diesen, ich sag mal, Harakiri-Krätsche auspackt, klar, wenn er ihn hat, hat er ihn, ich glaube, Samme hat es in der Nachbetracht noch mal schön zusammengefasst, den Winkel ein bisschen verkürzen, mitlaufen, länger oben bleiben, und der Spieler hat gar nicht die Chance, diesen, ich sag's mal, unhaltbaren oder unabwehrbaren Schuss für den Trab so reinzubringen, das war ja, der Ball war ja, es war ja technisch super gemacht, was sie da gemacht haben, aber das alles wäre nicht möglich gewesen, wenn Abraham nicht so früh diese Monster-Krätsche ausgepackt hat, die halt leider Gottes daneben gegangen ist, und dadurch der Spieler natürlich dann freie Bahn hatte, das war ein bisschen schade, finde ich, muss eigentlich ein Abraham, der, ich schiebe es leider wirklich drauf, dass er im Moment die Spielpraxis ein bisschen ihm fehlt, um so Situationen, auch in so wichtigen Situationen, 90. Minute, Marvin, du sagst, das Spiel war eigentlich fertig, da darf überhaupt nichts mehr anbrennen, und dann ärgert es mich halt wirklich sehr, dass er da ein bisschen den Kopf verliert, auf der anderen Seite muss man auch wirklich sagen, wer ein super Spiel gemacht hat gegen Lissabon, unser Freund Fayette, hat wirklich mal wieder seine Schwächen offenbart gegen Wolfsburg, da war viel Gegurke hinten drin, und dementsprechend auch völlig richtig, dass hoffentlich, Marvin, du hast es vorhin gesagt, Hinteregger wieder in die Startelf hoffentlich bald zurückkehren kann, oder Endika auch eher wieder den Vorzug bekommt, denn ich muss wirklich sagen, Fayette ist leider eine Wundertüte, fand ich, hat man wieder gesehen, Wolfsburg-Spiel war, hat mir gar nicht gefallen. Ja, wobei ich das, wobei ich das da jetzt nicht so hart beurteilen würde, weil da ja einfach viele unterwegs waren, die an dem Tag nicht so richtig ins Spiel gekommen sind, und ich glaube auch, dass er jemand ist, der halt auch einfach diese, dieses, ja, Kollektiv, was dann da funktioniert, halt einfach auch viel stärker braucht, als vielleicht der Rest. Ja, das stimmt schon, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn wir da so ein bisschen mehr im Spiel gewesen wären, dann wäre da auch ein Fayette besser gewesen. Klar, er ist jetzt, vielleicht nicht der Spieltyp Hinteregger, den es vielleicht in dem Spiel mehr gebraucht hätte, aber wenn in Summe die Mannschaft da einfach ein bisschen besser im Spiel drin gewesen wäre, dann hätte er da auch irgendwie, ähm, mehr performen können auf dem Platz. Und ganz ehrlich, da haben wir schon viel schlechtere Spiele von einem Fayette gesehen, als das, was er da gestern gegen Wolfsburg gezeigt hat. Das stimmt, das stimmt, aber diese Kopflos-Situationen, die kann einem halt gerade in so einem Spiel, wo es dann eh nicht so läuft, halt wirklich böse ins Gesicht fliegen sozusagen. Das ist wirklich was, wo ich sage, oje, oje, da waren ein paar Situationen dabei, und ihr habt recht, das ärgert mich ja am meisten. Wolfsburg hatte unendlich viele Chancen, und du hast so lange hinbekommen, alles hinten sauber zu halten, trappend überragendes Spiel eigentlich gemacht. Ein, zwei Situationen, wo er auch ein bisschen komisch aussieht, wo er den Ball nach vorne irgendwie abwehrt, aber das passiert, ist völlig in Ordnung, dafür hat er richtig geil gehalten, Hasebe wieder überragend. Abraham auch in Ordnung, bis auf diese letzte Szene. Fayette leider Gottes immer mal wieder in Unruhe her, der einfach dazu führen kann, am Ende, dass so ein Spiel dann auch, wenn es jetzt 0-0 gestanden hätte, und wir hätten dann das Tor von Wolfsburg gefangen, weiß ich nicht, ob wir noch überhaupt den Punkt mitgenommen hätten, so klar müssen wir uns ärgern, dass wir in der 90. Minute dieses Scheiß-Tor bekommen, auf der anderen Seite, ihr habt es vorhin auch schon richtig gesagt, normalerweise wärst du vor ein paar Jahren noch hier auf jeden Fall mit Klang, sang- und klanglos untergegangen. Ja, und es ist, ja genau, also wir müssen es halt jetzt so nehmen, es ist halt nicht optimal, das ist ganz klar, wir haben eine richtig ärgerliche Linie gegen Augsburg gehabt, wo wir halt, ja, zu nachlässig waren, nicht das 2-0 nachgesetzt hat, haben, was irgendwie mehr hätte bewirken können und eigentlich sind wir jetzt mit einem glücklichen Punkt, muss man doch noch sagen, von Wolfsburg weggegangen. Es ist nicht optimal, gerade im Kampf um die Champions League, aber wir müssen das annehmen und noch sind wir auf diesem Platz, auf diesem vierten Platz und wir haben, und das ist ja das Geile, alles selbst in der Hand, auch wenn es jetzt unrealistisch ist, dass wir jetzt alle vier Spiele gewinnen, ja, aber theoretisch, wenn du jetzt alle Spiele gewinnst, dann bleibst du mindestens auf dieser Position, das ist natürlich auch nicht so schlecht. Marvin, ich liebe dich für deinen Optimismus, wirklich, ja, das ist geil, ja, auf jeden Fall, nein, hast du völlig recht, blöde ist, ich weiß gar nicht, wer es erzählt hatte, dass du vor zwei Spielen hättest du, wurde gesagt, wenn du neun Punkte holst in den nächsten fünf oder sechs Spielen, bist du eigentlich sicher auf dieser tollen Position. Jetzt neun Punkte aus den, oder jetzt noch acht Punkte aus den verbleibenden Spielen zu holen, ist schon sehr schwierig und das vorher war es halt wirklich, wo du gesagt hast, naja, musst du halt gegen Augsburg gewinnen, absolut machbar, jetzt musst du halt auf jeden Fall in Wolfsburg punkten, schwierig, aber, Dings, dann siehst du den Spielverlauf, dann neunz Minuten, da kotze ich halt ab, dass du dann da auch wieder den Punkt liegen lässt, oder die zwei Punkte besser gesagt und jetzt wird es halt immer schwieriger, dann so ein Mistspiel Berlin, dann, was ist noch Leverkusen, dann Mainz und Bayern sind natürlich Mannschaften, wo du sagen kannst, okay, ich hoffe mal, dass wir da noch gut Punkte holen, aber das wäre am Anfang der Saison oder jetzt auch vor ein paar Spielen sind das normalerweise die Spiele gewesen, wo du gesagt hättest, gerade gegen die Bayern am Ende, wer da sagt, da musst du gewinnen, der ist auch etwas, etwas, ja, optimistisch, muss man sagen. Ja, aber ich meine, guck mal, denk mal, wie geil das ist, aber ich meine, wir brauchen eigentlich jetzt nicht weiter über das Wolfsburg-Spiel sprechen, weil wir haben aufgezählt, wo die Stärken, wo die Schwächen lagen, insbesondere, dass du halt am Endeffekt relativ viele Schwächen da waren, aber wir immerhin einen Punkt mitgenommen haben, aber was man jetzt mal ganz klar noch sagen kann, ey, wir haben noch erstens so viel in der eigenen Hand und wir können auch so viel in die Party versauen, was halt auch geil ist, ey, nichts ist gesagt, ey, lass das am letzten Tag, natürlich haben die bei Bayern natürlich einen krassen Heimbonus und wenn du überlegst, am letzten Spieltag zu Hause vielleicht die Meisterschaft klar machen zu können, da drehen die nochmal richtig den Swag auf, also das ist dann, das wird dann schon problematisch, ja, aber es ist immer die Möglichkeit, wenn Dortmund so lange noch gut mithält, ey, I don't know, theoretisch können wir denen dann auch die Meisterschaft versauen und wir könnten vielleicht selbst die Möglichkeit relativ früh, zumindest die Euroleague klar zu machen, was ja geil wäre, ich meine, auch wenn wir jetzt über die Champions League sprechen, aber die Europa League wäre schon geil, das wäre super, nochmal allein durch die Liga in die Europa League zu kommen, wäre ein Riesenerfolg, nachdem wir so eine wunderbare Fackel in der Europa League davor schon abgebrannt haben, wow, was für ein Jahr das wäre. Ja, also es ist, also, ja, noch ist nichts verloren, wir haben noch die Möglichkeiten, die anderen nehmen sich auch noch so ein bisschen selbst die Punkte weg, ich glaube, da hat man schon noch die Möglichkeiten, wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir jetzt, ist natürlich jetzt auch schwierig, wir hatten ja jetzt schon in der Vergangenheit so ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel gegen Lissabon höher bewertet wird als das in der Liga, das kann uns natürlich jetzt bei Chelsea auch so ein bisschen passieren, das halt jetzt irgendwie sauber zu moderieren und zu gucken, wo liegt jetzt eigentlich eher so die Präferenz, willst du jetzt wirklich die ganze Energie auf den Pokal legen oder nein, das wäre Unsinn, mehr auf die Liga finde ich aber super schwierig auch, da überhaupt Präferenzen zu legen, denn ich finde, das kann ja voll in die Fresse zurückliegen, wenn du jetzt gerade auch schaust, klar ist unser Highlight die nächsten Wochen ist Chelsea, natürlich ist das so und klar muss da Vollgas gegeben werden und natürlich, hoffentlich ziehen wir ins Finale ein, aber der Ligaalltag, dieses gerade, das war das, was ich auch vorhin ansprechen wollte, da liegt doch eigentlich die Kunst drin, diese graue Maus Spieltage, einfach irgendwie mit einem 1-0 zu beenden, das hätte ja, guck mal, wäre doch ideal gewesen, hättest du jetzt gestern Abend dieses dämliche Tor am Ende nicht noch bekommen, wärst du mit 1-0, wärst rausgegangen, hast du eigentlich Scheiße gespielt über 90 Minuten, hast 1-0 gewonnen, keiner weiß, wie es passiert ist, geil, so wirst du, ja, einer der ersten vier oben, so ist es einfach und jetzt, Marvin, weil du es nochmal gesagt hast, Europa League, guck mal, heute Abend ist ja Hamburg-Leipzig, morgen dann noch die Bayern gegen Bremen, wenn am Ende Bayern gegen Leipzig im Finale stehen, reicht ja sogar Platz 7 wieder, meine ich, in dem Jahr noch, um in die Europa League einzuziehen, hast natürlich dann so super Vorrundenspiele wie Quaraback und so der ganze Käse, was da, was da halt vorher als Qualifikationsrunde noch spielen musst, aber gut, haben wir noch ein paar mehr Auswärtsfahrten, ist auch nicht schlimm, selbst wenn du also einen nicht so tollen, nicht fünfter, sechster oder sonst was wirst, sondern über den siebten Platz irgendwie noch reinrutschen solltest, ist das ja auch eigentlich eine geile Sache, dementsprechend, klar, wir müssen am Ende zufrieden sein, weil keiner hätte es gedacht, dass wir zwei Jahre hintereinander international spielen und das sieht wirklich sehr gut aus, nur die Chance, Champions League zu spielen und diese riesen Chance, Champions League zu spielen, weil du im Moment auf Platz 4 stehst und alles selbst in der Hand hast, das macht mich ja wahnsinnig, dass dann hier so teilweise so Kackspiele dann abgeschenkt werden wie gestern oder auch das Spiel gegen Augsburg. Ja, aber das sind auch keine Theken-Truppen, aber das da, ja, das ist richtig, aber das sind halt auch keine Theken-Truppen, also ich meine, wir reden über Wolfsburg und zu Recht ein bisschen, naja, das würde ich persönlich jetzt nicht so Bock auf die hätten, aber das sind trotzdem keine schlechten Mannschaften und Augsburg gewahlt und Augsburg, da haben wir Fehler gemacht, da haben wir objektiv viele Fehler gemacht, weil wir zu nachlässig waren, weil wir nicht die Chancen verwertet haben und dann kommt eine Mannschaft unter einem neuen Trainer, bekommt die halt Feuer und die haben auch gut gespielt. Die Augsburger haben eigentlich ein sehr, sehr interessantes und gutes Konzept gehabt, die sind draufgegangen und sie waren effizient in ihrer Chancenverwertung, was wir nicht waren und dann steht es halt plötzlich so, das sind halt Dinge, ich meine, wir haben ja trotzdem nicht so wirklich viele Spiele in der Liga verloren, das heißt, wir spielen eine richtig gute Runde, das Problem ist nur, dass die, die oben spielen, halt eine extrem gute Runde spielen und die, die da unten stehen, halt eine extrem beschissene Runde spielen und dadurch, dass sich halt diese Punkteverteilung so krass momentan ergibt, overperformt die Eintrad eigentlich jetzt schon und ist trotzdem noch nicht safe, also hat noch nicht safe den Reward und das ist halt das einfach, was ein bisschen nervt, aber wir haben es noch in der Hand und ich sehe trotzdem genauso, wie das wie du, Dennis, für mich ist der Liga-Alltag immer noch das A und O und warum? Weil ich glaube, dass die Eigenmotivation in der Europa League einfach eh stattfindet. Ich bin ganz sicher, dass die sich da komplett motivieren können. Da brauchst du nichts. Du sagst, okay, heute wir spielen gegen Chelsea, alles gerade in Renn, bis dort hinaus. Ich glaube aber, dass der Fokus weiterhin in der Liga liegen muss und deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt nicht schon wieder, also jetzt nicht diese Woche zum Beispiel, dass wir diese Woche einfach das nächste Spiel haben, was ein Ligaspiel ist. Das heißt, du hast eine Woche, ein paar Tage Zeit jetzt, um dich vorzubereiten und dann geht es gegen die Härte und dann bist du einigermaßen fit, kannst wahrscheinlich 70, 80 Minuten super mithalten und musst hoffen, dass du bis dahin einen solch großen Fortschritt erzielt hast, dass du mit 2 oder 3 Null vorne liegst und dementsprechend da nichts mehr anbrennt und dann bist du den nächsten Schritt weiter. Die Liga sollte das A und O sein, denn wenn wir die ganz großen Töpfe erklimmen können, dann ist es halt auch nochmal eine andere Kategorie. Dann lass uns auch über den kommenden Gegner mal sprechen. Wir spielen am Samstag 15.30 Uhr zu Hause gegen die Berliner Hertha. Das nächste wichtige Spiel in eben dieser Liga, wo es jetzt darum geht, da nochmal Punkte mitzunehmen und ich glaube, die Heimspiele sind auch die, die uns so ein bisschen, ja, vielleicht am Ende den Hintern retten können, da nochmal so ein bisschen durchzugehen. Ähm, ich habe wenig Spiele der Hertha in dieser Saison bislang gesehen. Wenn man sich allein so die Ergebnisse anguckt, dann waren so die letzten Spiele alle wohl irgendwie nicht so richtig klorreich und glanzhaft. Ich weiß nicht, wie viele Hertha-Spiele ihr in letzter Zeit gesehen habt. Na, ich habe mir schon ein bisschen was angeguckt und sahen Vorbereitungen. Zusammenfassung habe ich ein bisschen was gesehen, aber sonst... Ja, naja, sorry. Na, es ist halt einfach so, es ist halt einfach so, dass die, ähm, ja einen richtig guten Kader haben und, äh, da ist wirklich viel Potenzial dabei. Aber so das Letzte konntest du aus dieser Mannschaft nicht rauskitzeln, weil es irgendwie dann auch so ist, dass, äh, dann dementsprechend halt Pal Dardai, der lange Zeit wirklich eine super Arbeit eigentlich bei der Hertha abgeleistet hat, war, war, denke ich, ein guter Trainer, der den, der den auch ein bisschen Charakter gegeben hat. Ja. War, glaube ich, seit 2015 im Amt und hat die erste vor Schlimmeren bewahrt. Ja, genau. Und dann auch mit den wirklich ein paar, äh, beachtliche Erfolge gehabt und auch immer gute Spiele hervorgebracht. Ähm, dass der, wie gesagt, der letzte, der letzte Kniff, der kommt nicht, ja. Also der letzte, so irgendwie Einzug ins DFB-Pokalfinale oder mal Europa League oder irgend so was. Äh, also Europa League haben sie gemacht, auf jeden Fall, aber da war es wenig, das waren wenig begeisternde Outings im Endeffekt, ja. Ja, und, ähm, deswegen muss er nach der Saison gehen und da gibt es eine neue Strukturierung. Die Hertha hat eine richtig geile Jugendarbeit. Ähm, da kommt immer was hoch. Die haben einen guten Kader mit Jannik, äh, mit Niklas Stark, ähm, mit Reikic, der momentan auch schon 24 ist. Ähm, also da sind auf vielen Positionen gute Leute. Grujic, den sie von, ähm, Liverpool geholt haben. Aber zwei der drei Leute, die ich gerade genannt habe, die können, ähm, am Samstag gar nicht spielen, was ein Vorteil für uns ist, ja. Und, ähm, ich glaube, denen fehlt momentan so die letzte Restmotivation, sich jetzt in dieser Saison noch kaputt zu machen und das kann halt ein Vorteil werden für uns. Weil für die geht es um nichts mehr, die haben 36 Punkte, ähm, da passiert nach unten überhaupt nichts mehr, aber halt nach oben auch nicht. Nach oben auch nicht und ich glaube, das wissen sie auch und dann vielleicht, wie du schon sagst, jetzt auch gerade mit, ähm, zu wissen, dass das jetzt quasi noch so ein bisschen Auslaufen der Saison ist und dann geht es irgendwie auf zu neuen Ufern mit einem neuen Trainer und so weiter. Ähm, ich glaube, als Spieler ist das jetzt nicht das, was dich jetzt irgendwie da kickt, jetzt nochmal ordentlich einen draufzulegen. Ähm, du musst dir nerven. Ja. Also es ist ganz klar, dass du früh zeigen musst, ja, okay, ähm, ihr wollt jetzt vielleicht so ein bisschen mitspielen, aber das Problem ist, wir stehen euch halt die ganze Zeit auf den Knochen, weil für uns geht es um was. Und, äh, wenn, und wenn ihr jetzt hier meint, ihr könnt so mit 70 Prozent hier Punkte einfahren, muss ich leider sagen, nee, so geht es halt überhaupt gar nicht. Und wenn wir das früh zeigen, wenn wir früh auf, zeigen, mit wahrscheinlich ein bisschen mehr Brutalität, als mit, äh, als, als mit kompletter, ja, so wie ich sagen, technischer Finesse, ähm, dann haben die dann auch irgendwann keine Lust mehr und dann gerade, je nachdem, wenn Selko oder so spielt, dann ist der auch schnell entnervt. Ibisevic, der lässt sich eher selten aus der Ruhe bringen, das sind konstanterer Spiele, muss dann auf Leute wie Duda, Kalou und Ibisevic aufpassen. Ähm, also der ganze, der ganz auch vordere Viererbereich, auch mit Lecky, ist nicht ungefährlich, aber, ähm, wenn ein Hinteregger wieder da ist, dann haben wir da sehr gute defensive Möglichkeiten. Ja. Gerade gesehen, Duda hat diese Saison auch schon zehn Tore gemacht. geiler Spieler. Duda ist ein Spieler, den die Eintracht, glaube ich, auch mal ein bisschen im Fokus hatte. Ja. Und, ähm, der, der auch erst 24 ist, der Nationalspieler der Slowakei ist und auch einer dort der prägenden Figuren. Lustigerweise hat er eine interessante Karriere eigentlich bislang hinter sich gebracht, in Polen, äh, aktiv gewesen ein paar Jahre, dort aber auch schon gezeigt, okay, da geht richtig was, aber dass er dann halt so sehr, so sehr sein Ausrufezeichen, da wurde sie ersetzt und wirklich mit zehn, zehn Toren, vier Vorlagen in dieser Saison, das ist schon extrem stark. Das ist ein, ein Offensivspieler allererster Güte, ne, also der hilft fast jeder Mannschaft in der Bundesliga. Ja, auf den haben wir so ein bisschen dann, dann aufpassen müssen, da so aus der Zentrale raus. Ja, definitiv, definitiv. Also wie gesagt, und wir können wirklich froh sein, dass, äh, dass die defensive, ähm, Variante, also auch mit Grujic, dass der wirklich auch nicht spielt, ich glaube, der ist, weiß nicht, weiß nicht, glaube er sie verletzt hat und, äh, stark ist dann verletzt, also das heißt, der große Vorteil ist, dass in der Innenverteidigung, ähm, ne, stark ist nämlich gesperrt und Grujic ist, glaube ich, verletzt, ähm, dass in der Innenverteidigung der Berliner, da wird es gerade ein bisschen dünn, das heißt, es kann ein Vorteil sein, wenn wir wirklich versuchen, viele Chancen zu kreieren, die haben nämlich kaum noch einen da hinten, weil, das ist nicht der einzige Verletzer mit, äh, Lukas, da hat sich ja davor jemand verletzt, Toruniga, Torun, Torun, Torunariga, Torunariga, auch ein geiler Typ eigentlich, äh, ist auch verletzt, also insofern, ähm, da, da können einige Topspieler nicht und, why not, könnte man nochmal testen. Aber, dann ist eure, äh, ja, das ist nicht Aufstellung, sondern die Taktik wird wahrscheinlich sein, früher, früher anlaufen und, äh, stören und gar nicht ins Spiel kommen zu lassen oder, ähm, würdet ihr sagen, ein bisschen kommen lassen und entsprechend, ja, die Räume nutzen, durch, durch schnelles Umschalten eventuell dann auch? Kommen lassen würde ich gar nicht, ich würde überhaupt nicht, also, würde ich jetzt nicht sagen, kommen lassen, ich will einfach erstmal, dass wir die auch ein bisschen weghalten von unserem Tor, ich glaube aber, dass es gut funktioniert, wenn es halt so ist, dass du sagen kannst, okay, ähm, Hinteriger ist wieder da, ohne, dass ich jetzt die ganze Zeit auf dieser Personalie rumreiten will, aber du merkst schon, sie ist essentiell wichtig für uns, auch im defensiven Verbund und ich denke, das wäre, wäre einfach wichtig zu sehen, dass, jemand Stabilität da reinbringt, Hinteriger vielleicht zusammen mit, ja, Abraham, der ja seine Sache, bis auf das Ding halt gestern, auch ganz gut gemacht hat, ja, würde mir einfach, würde mir einfach gut gefallen und dann mal schauen, wie es offensiv aussieht, weil, da fehlt natürlich, Alain an allen Ecken und Enden und Patience macht es gut, aber halt nicht gleichwertig und ich würde mir wünschen, er ist halt ein anderer Spieltyp, ist ein anderer Spieltyp, aber trotzdem, ähm, muss auch Jovic mal wieder zu, ähm, man wird ja zu lang, ja, da muss noch mal ein bisschen mehr kommen, ich finde Rebic macht die Spiele besser aktuell, ja, also ist besser drauf, bei Jovic, da fehlt es momentan, aber ich glaube, da ist die Hertha ein echt guter Gegner, Dauer, unter Dauerfeuer musst du die setzen und dann wird das funktionieren und ich würde, und das muss ich sagen, ohne jetzt eine komplette Aufstellung aufzustellen, ähm, das was der, ähm, was der Dennis vorhin gesagt hat, vielleicht mal da Costa rausnehmen, ja, vielleicht mal da Costa rausnehmen und irgendwie mal überlegen. Und wen willst du dann da spielen, weil dann sind wir nämlich doch bei, ne, jetzt bei der Aufstellung. Ja, ja, wenn Chandler war zuletzt auf der Bank, vielleicht sollte ich es probieren. Oder Touré. Oder Touré. Ich finde, beides ist vollkommen legitim, also ich finde, Touré ist ein Spieler, der die Qualitäten hat, der hat ja natürlich jetzt halt kaum Vorbereitung mitgemacht, im Winter, das ist halt alles nicht so optimal gewesen, aber sowohl Touré als auch Chandler, wenn Chandler wirklich fit sind, könnten zumindest für das Spiel eine gute Alternative sein. Ja, der Costa brächt meiner Meinung nach auch mal eine Pause. Der braucht definitiv mal eine Pause, also der ist so lange da schon unterwegs. Er hat irgendwie, wie viele Pflichtspiele hatten wir diese Saison? 42, 43? Der war bei allen über 90 Minuten auf dem Platz. Also das ist so ein dermaßenes Tier. Aber machen wir nochmal die Aufstellung von hier. Das ist ja auch kein Angriff. Du hast einen Trapp im Tor, du hast, ich hätte jetzt mal gesagt, Indika, Hasebe, Hinteregger wieder in der Abwehr oder dann Abraham, Hasebe, Hinteregger? Ja, gute Frage. Vielleicht sollten wir es mit Indika wieder probieren, dem auch ein bisschen mit der Vertrauen geben, sondern am Motto, jetzt ist ja ein Trümmer, Brudi, alles halb so wild. Würde ich vielleicht sinnvoller finden und wenn ich merke, er schwankt noch, weil er irgendwie jetzt am letzten, in der letzten Saison, letzten Saisonspielen einfach nur noch zu flatterig ist, dann kann ich in der Halbzeit immer noch einen total sicheren Abraham bringen. Aber ich finde es gut, ich finde deine Idee gut, lass Hasebe, genau, Indika, Hasebe und Hinteregger, das ist doch geil. Ja, so, dann haben wir davor, ich glaube Kostic, den kannst du nicht vom Spielen abhalten, Rode auch, wenn er irgendwie auch mal vielleicht noch nicht so ganz jetzt die Energie hat, aber den brauchst du fürs Spiel einfach. Und Fernandes finde ich auch extrem wichtig, gerade Gegenspieler, wie Hertha, wie von der Hertha, wo du vielleicht auch wirklich dann einfach mal so ein bisschen mit, mit Nerven und denen so ein bisschen auf dem Fuß stehen musst und dann ist die Frage, wer für Da Costa auf rechts oder doch Da Costa? Nö, ich würde, wie gesagt, ich hätte, ich sage jetzt einfach mal Touré, ich würde Touré reinhauen und dafür dann mehr Stabilität mit Fernandes und Rode und wenn Rode irgendwann fertig ist, würde ich, kann es so ohne Bauchschmerzen Toroma reinsetzen, der das ja gestern recht ordentlich gemacht hat. Und vorne würde ich, ja, keine Ahnung, vorne würde ich wahrscheinlich Kacinovic wieder rausrotieren lassen, auch wenn der kein schlechtes Spiel gemacht hat. Echt? Ich finde, ja. Ich hätte ihn nicht rausgenommen jetzt. Ja, deswegen, ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher. Ja, ja, vielleicht lassen wir ihn drin, aber dann, aber dann musst du Rebic spielen lassen. Ja. Dann machst du Paciencia Rebic. Ja, hätte ich auch gesagt. Ja. Nee, ich hätte aber tatsächlich gesagt, wir spielen Jovic, Rebic und Paciencia und, äh, auch wenn ich Rebic, er ist verschenkt auf der 10er Position, das wissen wir alle, äh, aber es ist meiner Meinung nach einer, der da dieses, diesen, ja, Druck von der Position vielleicht auch mal mitgehen kann. Dieses Dreiergespann vorne, auch gerade wie Haller, Paciencia kann vielleicht auch dann sich mal auf diese, Langholz, äh, Annahme und Verteilung konzentrieren, anstatt dieses, typische nur Stoßstürmer, was er ja sehr gut macht, aber vielleicht kann er mal versuchen, zumindest diese Haller, äh, Position ein bisschen, auch zu übernehmen, denn wir haben es ja schon gesagt, auch in dem Spiel kann es sein, dass du mal wieder mit einem langen Ball agieren musst, um eventuell das Mittelfeld, was vielleicht dann gerade nicht so funktioniert, mal zu überbrücken, ja, und das hat mir überhaupt, hat überhaupt nicht funktioniert im letzten Spiel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, du hast vollkommen recht, ich muss aber sagen, dadurch auch, was du jetzt eben gerade so angedeutet hast, das ist bei mir fast eher so, dass ich sage, ich nehme Paciencia raus, ja, ohne, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber ich will, aber ich, Rebic, Jovic, Jovic und Gacinovic, die beiden, lasse ich, also Gacinovic bleibt, aber Rebic und Jovic, die beiden will ich wieder zusammen sehen, und Paciencia will ich dann eher, und das ist so das Taktische dahinter, ähm, wenn, wenn jetzt über 70 Minuten nichts geht, dann als Einwechselspieler hat er schon oftmals geknipst, und dann hast du noch eine Offensivoption, weil ich habe immer das Gefühl, dass, ähm, jetzt ein Jovic, wenn du den einwechselst, dann bringt es mir zu wenig, bei Rebic geht es schon, aber ich will Rebic von Beginn an sehen, und, ähm, mache ich es mal so. Ja, ich bin da ein bisschen anderer Meinung, ich würde Jovic gerne mal rausnehmen, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass er gerade zu viel, zu viel denkt, ja, ihm fehlt so ein bisschen diese, Kopf aus, Fußball spielen, also diese Reflexe, ich habe so ein bisschen das Gefühl, er denkt zu viel über Dinge nach, was vielleicht mit Zukunft und Vertrag und Hass da nicht gesehen zu tun hatte, deswegen würde ich ihm tatsächlich die Pause gönnen. Aber wollen wir das wirklich jetzt in diesem wichtigen, Spielverlauf und auch bei dem wichtigen Spiel, äh, die Qualität eines Jovic, äh, nicht auf den Platz bringen, weil ich glaube, gerade so ein Spiel könnte für ihn auch so der, so ein Trigger sein, mal wieder an alte Stärken zurückzukommen, denn, wie ihr es gesagt habt, letzten zwei Spiele waren jetzt nicht unbedingt toll, äh, vom Jovic, sowohl Lissabon als auch Wolfsburg eher ein bisschen untergegangen. Ich denke, dass er gerade, wenn er die passenden Partner, und da habt ihr völlig recht, dass ein Rebic essentiell wichtig ist, auch für, äh, um einem, einem Jovic ein bisschen die Räume zu geben, ähm, dass Rebic mit Jovic zusammen eigentlich ganz gut funktionieren könnte. Und gerade, stellt euch vor, der, er, der Knoten platzt, äh, es ist dann schon wieder auch für die nächsten Spiele so wichtig. Und es wird mir wehtun, gerade so ein junger Spieler, Jovic, ist auch noch blutjung. Nicht, dass der einen Knacks wegbekommt, nur weil es jetzt mal zwei Spiele nicht geklappt hat. Rotiert er raus auf die Bank, da sagt wieder jeder, ach herrje, der verträgt diesen ganzen Hype um seine Person nicht. Es ist zu viel, ah, der ist schon abgehoben, weil er jetzt 70 Millionen kosten sollte. Um allein diese Diskussion im Kopf von Jovic nicht auftreten zu lassen, auch wenn das alles Quatsch ist, hätte ich ein bisschen Magenschmerzen, ihn komplett rauszulassen. Wenn ich wechseln will ihn, wenn er seine Leistung nicht bringt, ist super, Pacienz ja mal reinzubringen danach. Pacienz ja von Anfang an Jovic auf der Bank zu lassen, finde ich jetzt nicht so optimal. Aber wie gesagt, ist auch einfach meine Meinung. ich glaube, es ist beides, es ist beides eine Variante, die du gehen kannst. Mir war er in den letzten Spielen so ein bisschen auf einem Level, wo ich sagen würde, okay, der braucht halt eben auch eine Pause, er war nicht so richtig im Spiel. Ich glaube, Pacienz ja, der hat das Spiel noch nicht so richtig gefunden. Der könnte auch so ein bisschen, gerade so ein Spiel wie gegen die Hertha, durchaus brauchen, um da vielleicht auch wirklich mal so ein bisschen besser reinzukommen. Also es ist so eine Für-und-Wieder-Diskussion, die ist schwierig. Da wird es kein eindeutiges Ergebnis geben. Aber wenn der eine nicht spielt, kommt der andere irgendwann als wegeinsteckte Spieler. Da sind wir uns doch, denke ich, eigentlich, dann passt das doch alles. Genau. Also haben wir einen Trapp im Tor, eine Abwehr bestehend aus Nika, Hasebe, Hinteregger, davor Kostic, Rode, Fernandes und Touré, davor ein Gacinovic und vorne machen es dann irgendwie Rebic und auf der anderen Seite Pacencia und Jovic unter sich aus. Sehr gut. Wer da irgendwie spielen mag. Kann ich sehr gut mitleben. Dann ist jetzt die Frage nach den Tipps, Herr Dennis. Also, ich glaube tatsächlich, dass wir uns ein bisschen aus der, in Anführungszeichen, Krise schießen mit einem 3 zu 0. Dr. Marvin. Ja, 3 zu 1. Ich sag 4 zu 0. Zack, bumm, die Bohne. Ja. Und damit alles, alles, äh, wieder weggemacht, ordentlich, hier einen abgeliefert, die anderen lassen auch noch vielleicht ein bisschen Punkte und den... Wichtig fürs Torverhältnis, Leute. Wichtig fürs Torverhältnis, das kann jetzt auch dann nochmal irgendwie eng werden, ja. Das wäre auch nochmal so ein Punkt. Jedes Tor an sich, was wir da mehr schießen als die anderen, kann uns irgendwie helfen. Und wer weiß, vielleicht, äh, steht Stuttgart ja am Wochenende von den Toten nochmal auf und nimmt Gladbach auch noch irgendwie einen Punkt oder zwei weg. Wer weiß. Gut, dann haben wir den aktuellen Spielbetrieb abgehandelt und müssen dann jetzt noch über, äh, andere Dinge sprechen und da fangen wir natürlich mit dem Dummschwitzer der Woche an. Oh, ich bin ein Fan. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, und dann müssen wir natürlich zuallererst erstmal noch, ähm, auflösen, wer denn bei unserer letzten Abstimmung gewonnen hat. Und das war, dass viele nominiert waren, lese ich jetzt nicht alle vor, sondern nur die drei, äh, Platzierten, die es aufs, äh, Plätzchen geschafft haben oder aufs Treppchen geschafft haben. Auf Platz drei, der BKA-Chef Münch für sie seinen komischen Erklärungsversuch zu, warum denn Polizeigewalt nicht in der, äh, Kriminalitätsstatistik auftaucht. Finde ich nach wie vor sehr absurd, dieses Ding. Auf Platz zwei, der, äh, unser aller Freund Thomas Müller mit seiner Aussage von wegen, ja, so ein Elfmeter würde er dann auch vorbeischießen. Und auf Platz eins, ähm, alle Fans, die bei dem Spiel in der 84. Minute gegen Augsburg dann gemeint haben, sie müssten da das Stadion verlassen. Sehr gut. Das ist, glaub ich, äh, gerechtfertigt. So, und dann gucken wir mal, wen wir diese Woche auf der Liste haben. Weil da sind auch wieder ein paar, äh, sehr schöne mit dabei. Und zwar haben wir als erstes eine Nominierung bekommen von, äh, Joe, vom, äh, Russell Adler und von Benedikt. Und zwar nominieren sie Julian Röpke, der, glaub ich, da auch irgendwas bei der Bild ist, wenn ich das richtig verstanden habe, für seinen wunderbaren Propagandatweet zu diesen Bengalos. Da war irgendwas mit von wegen, äh, äh, trotz, äh, 50 Polizisten mit Maschinenpistolen schaffen es die, äh, Hannover waren es, glaub ich, ja, genau. Hier, äh, die Fans von Hannover trotzdem rein. Ja. Das eine hat halt mit dem anderen irgendwie überhaupt nichts zu tun, ja, und ist halt wieder nur, äh, absolute Propaganda und, äh, Panikmache und Stimmungsmache, was überhaupt irgendwie nicht zu dem einen passt. Röpke war immer in Lerrien und wird immer in Lerrien bleiben. Das ist, äh, die einzig wahre Zusammenfassung und damit sagen wir auch zu dieser Nominierung nichts weiteres. Das hat Marvin wunderbar zusammengefasst. Ähm. Ja, schön. Genau. Und zwar, die nächste Nominierung kommt von AdAlexSGE und zwar nominiert er den Twitter-User DerKlochhardt, der, äh, in einem Thread wunderbar ausgeführt hat, dass, äh, der Erfolg der Eintracht seiner Meinung nach nichts mit, äh, Fußball-Romantik zu tun hat, sondern genau der gleiche, genau das gleiche, ja, Kommerzfußball will ich jetzt nicht sagen, aber genau das gleiche System nur auf niedrigerem Level ist. Also alles mit irgendwie 20.000 Fans reisen irgendwo hin und die Mannschaft schmeißt sich rein und ein Fischer, der da am Zaun steht, ähm, ist immer noch keine Fußball-Romantik. Wer hat das gesagt? Äh, DerKlochhardt heißt der Twitter-User. Gab's eine längere Ausführung? Ach, DerKlochhardt, also keine Ahnung, also nicht, keine Ahnung, wenn er Glücksberg hier heißt, kenne ich ihn trotzdem nicht, ne, also, naja, also, ja, hab ich noch nie gehört, das ist mir auch scheißegal. Ey, Leute, es gibt einfach, es gibt einfach, es gibt einfach echt so ein paar Leute, die haben irgendwie ein Megaproblem mit der Eintracht, weil die jetzt mal gerade ein bisschen erfolgreich ist. Ja, ähm, dann kann man denen auch nicht helfen, man ist jetzt auch nicht dafür, von allen geliebt zu werden, äh, ich glaube, man macht in der gewissen Art und Weise Dinge und versucht sie so positiv wie möglich zu gestalten. Ich finde, dass die Außenwirkung der Eintracht auch schon vor dem absoluten Erfolg der letzten Wochen und Monaten oder auch schon vor dem letzten Dreivierteljahr im Pokalsieg, schon davor hat man sich zu gewissen Sachverhalten wichtig geäußert und auch richtig geäußert und hat versucht, Dinge in die richtige Bahn zu lenken, aber es gibt halt Leute, die wollen es nicht hören und dann ist es auch in Ordnung, weil der Ninser hat einfach keine Eintracht-Fans und wenn halt fünf Leute irgendeine Scheiße auf irgendeiner Plattform schreiben, dann sollen sie es tun. Jeder, wie er will, solange er dann glücklich ist und dann, keine Ahnung, irgendwie keine Scheiße mit dem Nudelholz zu Hause macht, das ist mir nicht. Ein wichtiger Punkt, den wir leider ja alle lernen mussten, ist ja, Fußballromantik im Urzustand werden wir leider alle nicht mehr erleben. Dementsprechend ist einfach schade, aber natürlich hat alles heute mit Geschäft zu tun und so weiter und so fort, aber gerade diese Punkte mit die Fans und die Bilder, die produziert werden, das Schöne ist, normalerweise, wenn du bei anderen Vereinen guckst, dann wird vielleicht ein Spiel mal ausgesucht, wo dann noch Freikarten verschenkt werden und dann wird Flyer ausgeteilt und alles wird irgendwie, damit da ein bisschen Stimmung ist und damit es ein bisschen geil aussieht fürs Fernsehen. Leute, ihr könnt hier zu jedem verdammten Eintracht-Spiel gehen, zu jedem wirklich. Dann könnt ihr eben nicht, weil es gibt bis zum Saisonende keine Karten mehr. Ja. Ja, gut, das ist dann das Problem, weil man sich nicht frühzeitig drum gekümmert hat. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, Leute, diese Stimmung, das ist kein Fake für mal ein Video oder mal ein, was weiß ich, für irgendeine Timeline, ein paar Fotos, ein paar geile Hochglanzbilder oder sonst irgendwas, sondern das ist wirklich Eintracht schon ewig und nicht einfach nur, weil sie jetzt Erfolg haben und sich das leisten könnten, eventuell jetzt auch so ein bisschen Fake News zu verbreiten. Nein, Leute, es ist einfach geil, es ist die Eintracht und natürlich hat das auch was mit einer gewissen Eintracht und Fußballromantik zu tun, dass eben ein Peter Fischer dann ein bisschen emotional erzählt und so weiter, aber das hat doch garantiert nichts damit zu tun, dass das jetzt der super Erfolg im Peter Fischer hat natürlich auch seinen Anteil, aber was ist das für ein Käse, dann so Beispiele anzuführen für was, was überhaupt nichts mit dem Verein oder mit dem Erfolg zu tun hat. Also einfach mal überlegen und dann kann man nochmal denken und dann vielleicht sagt man dann beim nächsten Mal nicht ganz so viel Unfug. Dann passt das doch. Wie gesagt, es gibt Leute, die haben da, aber es ist auch vollkommen okay. Jeder, wie er will, der Eintracht muss jetzt auch nicht jedem gefallen und ich glaube, solange es uns ganz gut gefällt und die sagen ganz gut macht, dann ist das gut zusammen. Da kann man glaube ich damit umgehen. Genau. Dann kommen wir zum nächsten Nominierten und diesmal kommt der von Edsasch0387 und zwar nominiert er Didi Hamann, der Nübel dazu rät, zu den Bayern zu gehen, weil er sagt, das Lernen ist immer noch, es ist wichtig, das junge Spieler lernen. Lernen ist für mich immer wichtiger und deswegen ist es besser, wenn er bei den Bayern trainiert und auf der Bank sitzt, statt bei Schalke zu spielen. Ja. Auch nicht schlecht, ja. Ja. Kann man so sehen, ist halt dann doof. Ja, es geht den Spielern ja, also ich sage mal so, ein Nübel spielt wirklich als einziger Schalker eine einigermaßen akzeptable Saison oder eigentlich eine wirklich gute Saison. Dementsprechend, vielleicht sollte sich ein Nübel einen anderen Verein suchen, aber warum man sich dann unbedingt zu Bayern auf die Bank setzen muss, um im Training von den absoluten Oberbayern was zu lernen, ist immer die Frage, ob es da nicht auch eine Alternative gibt. Ich meine, Lernen ist ja durchaus wichtig, ja, auch gerade in so einer Entwicklung als Fußballer oder generell in der Entwicklung, aber du musst es ja auch irgendwie dann umsetzen. Also das meiste lernst du ja auch nur dadurch, dass du es irgendwie auch mal anwendest und dann nur theoretisches Wissen irgendwo auf der Bank zu haben, das bringt dir halt auch nichts. Das hat dir noch nie irgendwas gemacht. Also es ist totaler Lappes. Das hat so ein Opferlamm gemacht wie der Ulreich, der halt auch ehrlich gesagt nicht so der allerbeste Torhüter war. Bei dem Nübel sehe ich noch andere Perspektiven und außerdem ist Schalke immer noch ein Verein, wenn dir jetzt diese Down-Phase überstehen, dann kannst du auch da mit denen wie nochmal in andere Regionen vordringen. Das heißt nicht, dass du jetzt irgendwelche Titel gewinnst, weil dafür kennen wir Schalke alle zu gut, aber irgendwann mal wieder Champions League zu spielen, ist auf jeden Fall möglich und da brauchst du wirklich keinen Verein zu wechseln. Also, ja, der muss halt was sagen, damit er seine Wettschulden mal zahlen kann. Und dann haben wir noch eine letzte Nominierung, die kommt diesmal von Chris FFM, von Bohnsen und ich glaube noch von jemandem, den hatte ich mal vergessen aufzuschreiben und zwar unser aller Freund Thomas Doll für seine wunderbare Aussage, es ist eine merkwürdige Saison. Schade, dass ich das alles miterleben muss. Dieser Typ, ey, das ist unfassbar. Ich kann auch dazu wieder und dazu nichts mehr sagen, weil uns hören ja ein paar Hannover-Fans zu und die werden eigentlich auch immer weiter frustriert, weil die irgendwie können ja auch nichts dafür, dass sie jetzt so einen merkwürdigen Trainer haben. Also die tun mir echt leid momentan. Ja, auf jeden Fall. Ja, also nicht nur, dass Martin Kind schon schlimm genug wäre, aber dann hast du dann auch irgendwie diese Hohlpratzer da sitzen, die diese Worthülsen da raushauen, wo du auch irgendwie denkst, der wäre total unbeteiligt. Ey, du bist der Trainer von dieser Mannschaft. Du hast es dir ausgesucht. Meine Fresse. Du kannst nur hoffen, wirklich nur hoffen, dass sie es schaffen, mit einem kompletten Neustart, auch mit einem neuen Trainer, irgendwie dann mittelfristig vielleicht wirklich mal Dinge aufzubauen in der zweiten Liga. Ey, weil du da darum schaffst du halt gar nichts. Aber gut. Ich liebe Hannoveraner, ich glaube, das wird jetzt erst mal die letzte Saison sein, wo wir jetzt sehen, also zumindest ein Jahr Pause kommt gestärkt wieder ohne diesen Knallkopf. Ja. Ja. Seht so, dass ihr die alle irgendwie loswerdet. Jagt sie aus der Stadt, lasst sie nie wieder rein. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste, was man irgendwie tun kann. Wir drücken euch die Daumen, ihr habt das echt nicht verdient. Habt ihr noch jemanden, den ihr nominieren wollen, würdet, könntet, müsstet, solltet? Naja, gut, auf keinen Fall. Du? Nee. Ich finde, ich finde, die 1a, es war wirklich die 1, absolute 1a-Wahl mit Thomas Toll. Jeder wird es schwer haben. Ja, also, Didi Hamann kommt da auch durchaus für mich ran. Aber schauen wir mal. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt wie jede Woche abstimmen. Das heißt, ihr geht auf eintracht-podcast.de dort auf die aktuelle Folge, da findet ihr den Link oder auch direkt die Abstimmung. Und dann könnt ihr euer Votum abgeben, wer denn für euch der Dummschwätzer der Woche ist. Und dann werden wir nächste Woche auflösen und einen Sieger küren. So, und dann kommen wir jetzt zur guten Tat der Woche. Am Anfang der Sendung haben wir gesagt, von wegen, ach, wir haben diese Woche nichts, macht auch nichts, dann lassen wir es mal durch. Aber dann kam im Laufe der Sendung noch eine rein, aber dafür brauchen wir erstmal den Jingle und der ist hier. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid mit zueinander und habt euch lieb. Und zwar hat uns das gerade eben per Twitter noch der SGE-Papa reingereicht. Vielen Dank dafür. Und zwar findet am 27. April das Downsportler-Festival in Karlbach statt. Und einer der Unterstützer des diesjährigen Downsportler-Festivals ist Freddy Bobic, der heute oder gestern da auch zu einem Fotoshooting unterwegs war und ist eine Veranstaltung für eben Sportler mit Down-Syndrom. Es gibt viele Sportaktivitäten, viele Workshops. Finde ich eine super tolle Sache. Wusste ich bislang auch nicht, dass es das gibt, aber finde ich echt grandios. Und super, dass auch in der Richtung die Eintracht oder die Verantwortlichen der Eintracht da unterwegs sind, um das zu unterstützen. Er ist ein super cooler Typ. Also ich kenne ihn nicht persönlich, ich finde es aber eine super Sache, dass er sich für solche Sachen halt einsetzt. Und schön, 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 Bobic hat seinen Kopf nicht nur beim Fußball. Ja, das ist sehr gut. Ich verlinke euch das mal, wenn ihr da euch noch ein bisschen mehr informieren wollt. Dann findet ihr den Link dazu bei uns in den Shownotes. Und dann machen wir in Windeseile weiter und gehen zu den Empfehlungen und gucken mal, was wir da noch so auf der Liste haben. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Diese geniale Chiller hat man wirklich lieb. Mega, ne? Das ist echt klasse. Also da nochmal vielen Dank anrufen, dass er uns das Ding gebastelt hat. Echt mega geil. So, ich habe mir hier schon mal zwei Empfehlungen aufgeschrieben. Zum einen etwas, was wir noch nachtragen müssen. Und zwar, wir hatten ja vor dem Hinspiel gegen Lissabon aufgerufen für diesen, dieses gemeinsame Video. Ihr erinnert euch noch, wo der Moritz uns geschrieben hatte. Das ist jetzt endlich, nachdem es im normalen Fernsehen gelaufen ist, in der Mediathek verfügbar. Und ich haue euch den Link dafür ebenfalls in den Shownotes. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Ist recht lustig gemacht. Ist recht kurzweilig. Also von daher kann man da die paar Minuten mal investieren. Und wenn ihr dann sowieso schon in diesem Internet seid und dann kommen wir zu meiner zweiten Empfehlung. Die werdet ihr jetzt in den nächsten Wochen des Öfteren hören. Am 26. oder vom 23. bis zum 26. Mai sind Europawahlen. Da dürft ihr wieder wählen gehen und bestimmen, wer in das Europäische Parlament einzieht. Und ich rufe auf, geht hin, geht wählen und macht euch vorher Gedanken. Es gibt auch in diesem Jahr wieder verschiedene Hilfsmittel, wo man sich nochmal so ein bisschen anhand von den Parteiprogrammen oder anhand den Dingen, wo die Parteien sich irgendwie zu geäußert haben, eine Meinung bilden kann. Und als erstes werfe ich diese Woche dafür in den Ring den Digital-Omat. Ist nicht von irgendeinem unabhängigen Institut, sondern ist etwas, was von verschiedenen Institutionen, die sich rund um dieses Thema Digitalisierung bewegen, aufgesetzt. Unter anderem ist da auch da mit dabei, der Chaos Computer Club. Und da könnt ihr euch zu, ich glaube, zehn oder zwölf digitalen Thesen könnt ihr dann nochmal so eure Meinung abgeben und kriegt dann eine Empfehlung, welche Partei da vielleicht passen würde. Von daher, das so eins der ersten und auf jeden Fall macht euch Gedanken für diese Europawahl und setzt euer Kreuz und setzt es mit Bedacht, weil gar nicht wählen gehen ist halt auch echt scheiße. Sehr gut. Okay. So, was habt ihr? Ja, ich habe noch zwei Empfehlungen. Yes. Empfehlung Nummer eins und zwar in der Welt des Podcasts, gibt es ja, wie wir alle wissen, sehr viele unterschiedliche Podcasts und in der letzten Woche ist ein Podcast aufgeploppt, den ich ganz smart, ganz cool finde und zwar ein Podcast mit dem Thema, also mit dem Überthema Feminismus ist etwas, damit habe ich mich noch nicht so ganz so häufig beschäftigt, also nicht in der Tiefe, bin aber extrem gut herangeführt worden. Podcast heißt das F-Wort der Empowerment-Podcast für Frauen, aber keine Angst, Männer dürfen auch zuhören und ist echt cool gemacht, sind von zwei Frauen, die eine ganz gute Moderation an den Tag legen und die Themensetzung, also bislang zumindest jetzt in der ersten Folge, ich glaube, morgen gibt es die zweite, kommt enorm smart rüber und aber auch nicht so jetzt irgendwie, dass du jetzt irgendwie das Gefühl hast, okay, du müsstest jetzt total tiefes Wissen haben, ja, also die, die, die selber wissen schon viel, aber du wirst ganz gut dann die Hand genommen und das ist mal eine andere Perspektive, auch weil ich mich noch nicht ganz so intensiv mit dem Thema zuvor auseinandergesetzt habe und fand es klasse, das geht so irgendwie knapp eine Stunde und das ist echt ein fresher, neuer Podcast, finde ich eine coole Angelegenheit, also das F-Wort habe ich auch gesehen, gibt es auch bei Spotify und bei iTunes, auf jeden Fall mal reinklinken, ne? Sehr gut, sehr gut. und dann Teil 2, was ganz anderes und zwar habe ich heute gefunden bei YouTube und zwar ist Durch die Nacht mit Michel Friedmann und dem lieben Herrn Schlingensief, Schlingensief ja auch schon eine ganze Weile tot, das ist ein geiles Arte-Format gewesen, dass zwei komplett konträre Charaktere aufeinander treffen und zusammen durch die Nacht fahren, irgendwie in der Stadt was erleben und Schlingensief war bei Friedmann in Frankfurt und ich komme jetzt darauf, das habe ich das früher gesehen, denn Hannelore Elstner ist heute gestorben, also eine der bekanntesten Schauspielerinnen in Deutschland, kann man sagen, eine der erfolgreichsten sowieso und auch irgendwie vielseitig einsetzbarsten, absoluter Charakterkopf gewesen und sie hat da auch so eine kleine Rolle, weil sie Freundin von, gute Freundin von Friedmann gewesen ist und taucht da als sie selbst logischerweise auf und ist irgendwie ganz spannend, denn ich habe sie immer bewundert und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass sie sich sehr mit viel Klasse und ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Selbstglaubwürdigkeit trägt und das sieht man auch in dieser Folge, auch wenn die Charaktere, die da aufeinanderprallen, nicht immer so einfach sind, aber sie strahlt es ganz cool ab und hat immer auch mal einen guten Spruch auf den Lippen, kann man sich mal angucken, um die persönliche Seite von Anne-Laure Elzer nochmal sich ein bisschen genauer zu Gemüte führen, wenn man sich zu ihrem Abschied keinen Krimi geben will. Okay, sehr gut. Okay, fand ich sehr gut. Ja. Und that's it. Sehr schön. Und Dennis, was hast du noch? Das ist jetzt ein bisschen schwierig, der Übergang. Ja, es passt nicht ganz. Jetzt wird es ein bisschen flach. Geht ins Kino, Leute. Der neue Marvel's The Avengers, ich glaube, der Zusatztitel Endgame, genau, läuft ja ab morgen beziehungsweise übermorgen im Kino an. Auch geil, ich habe schon gesehen, es gibt auch die komplette Vierer-Serie, also angefangen mit The Avengers, dann Age of Ultron, dann Infinity War und dann erst Endgame. Also wenn ihr wirklich hardcore drauf seid, zieht euch das mal schön Binge-Watching-mäßig rein. Und ja, also ich glaube, es wird ganz geil und soll angeblich ja einer der erfolgreichsten Filme, zumindest von den Vorbestellerzahlen, schon sein. Ich bin gespannt, die ersten Kritiken haben sich ganz gut gelesen. Also viel Spaß. Ja, ich hänge noch einen hinten dran. Ich habe Infinity War noch nicht gesehen, weil ich natürlich erst die ganzen anderen noch in der chronologisch richtigen Reihenfolge Ja, das wäre natürlich auch mal fürs Kino geil, wenn du anfängst mit Iron Man, das ist ja glaube ich der erste Teil von diesem ganzen Marvel. Ja, eigentlich fängt es mit Captain America The First Avenger an. Ich verlinke euch, dann habe ich nämlich auch noch eine Empfehlung. Ich schließe da nämlich noch eine hinten an. Es gibt nämlich eine wunderbare Auflistung bei ScreenRunt.com, die aufgelistet haben, was die chronologisch richtige Reihenfolge ist, um die Marvel-Filme zu gucken, bevor man sich die Endgame anguckt. Sehr geil, ja, gefällt mir. Super, finde ich klasse. Und dann, wenn wir jetzt schon bei wieder heiteren Themen sind, wer auf Instagram ist, der kann der Webseite oder beziehungsweise dem Instagram-Account awkward-Anführungszeichen folgen, awkward-Untenstrich-Anführungszeichen, denn die Listen oder bebildern, ja, keine Ahnung, Gegenstände auf oder irgendwie, keine Ahnung, Schriften, wo Anführungsstriche verwandt werden, die im Endeffekt in diesem Kontext dann merkwürdig sind. Das klingt jetzt abstrakt, aber zum Beispiel, wenn auf einem Schild, auf einem Restaurant-Schild frohe Ostern und Ostern in Anführungsstrichen gesetzt werden, das ist die Frage, was soll das denn sonst sein? Frohe Ostern, weißt du? Wie heißt der Account die awkward? Awkward-Anführungszeichen. Mhm. Okay. Und hier sagen sie uns ihre in Anführungsstrichen Meinung. So nach dem Motto ist eh nicht deine Meinung, weißt du? Schön. Ja, gefällt mir. Sehr gut. Sehr gut. Und auch geil, Zimt für ihren Kaffee. Zimt in Anführungsstrichen. Wo du denkst, okay, was ist denn dann? Also ist es jetzt Zimt oder ist es jetzt kein Zimt? Ja, genau. Das ist die Frage, die sich dann stellt. Du bist, du bist, du bist ja total, ja, merkwürdig oder mit einem faden Beigeschmack dann wahrscheinlich aus dem Kaffee wieder raus, wenn du in Anführungsstrichen Zimt in deinen Kaffee getan hast. Okay. Oder Currysoße in Anführungsstrichen Haus gemacht. Ja. Okay. Habe es irgendjemand nicht so ganz verstanden. Ja. Das klingt sehr gut. Klingt sehr, sehr gut, Marvin. Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall. Mehr von beilaufenden glücklichen in Anführungszeichen Hühnern. Ist das Elefanten oder was sind das? Ach, du Scheiße. Ja, großartig. Hervorragend. Das ist nach unserem komischen Maskottchen Twitter-Account ist das das nächste Highlight. Auf jeden Fall. Danke dafür, Marvin. Ja, das definitiv. Der landet sofort bei mir in der in der Abo-Box. Na dann, das war es von meiner Seite auch. Hervorragend. Dann verlinken wir euch das an dieser Stelle auch und dann könnt ihr euch das mal anschauen und vielleicht uns nächste Woche mitteilen, was euer Lieblingsbeitrag bei dem bei den Awkward-Anführungszeichen ist. Hervorragend. Dann würde ich sagen, haben wir es doch für diese Woche auch wieder geschafft und machen den Sack hier zu. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bedanken bei allen, die uns hier supporteten. Ich habe ja in der letzten Woche gesagt, dass uns so der eine oder andere regelmäßige Unterstützer dann noch ganz gut tun würde, um so näher in diese 1% Marke da ranzukommen. Also 1% der regelmäßigen Hörer, die uns regelmäßig unterstützen. Das ist immer so eine grobe Faustformel. Und da kommen wir ein bisschen näher ran. Da gibt es den einen oder anderen, der, den ich jetzt gesehen habe, der gespendet hat oder der auch gesagt hat, er hat zwar kein deutsches Konto, aber er spendet einen größeren Betrag. Finde ich echt ganz, ganz großartig. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Ihr helft extrem mit, dass wir hier einfach auch so ein bisschen mehr Freiheit haben und auch so ein paar Dinge mal ausprobieren können und vor allen Dingen auch die Technik hier am Laufen halten. Das ist echt großartig. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Der Nach-Oster- Nach-Wolfsburg-Blues nimmt jetzt hiermit ein Ende. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Wir wünschen euch ein, ja, angenehmes Fußballwochenende. Genießt das Heimspiel gegen die Hertha und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder mit einem Ausblick auf die kommenden Gegner. Macht's gut. Tschüss. Vielen Dank. Hey Es kann a machen Hey Hey Es kann a machen Outro Outro